Sportschau Live, der DFB-Pokal mit Lisa Zellers. Alle Spiele live im Einzelstream oder in der Konferenz. Also legen wir einfach los. Und wir fangen erstmal etwas entspannt an, an diesem XXL-Fußball-Samstag. Zwei Spiele gibt's heute zum Start, aber auch eben mit Stolperpotenzial. Denn Carl Zeiss Jena empfängt die Hertha aus Berlin und die TSG Barlingen hat den VfB Stuttgart zu Gast. Ja, für den Regionalligisten also das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Spürt man das vor dem Anpfiff an Katrin Rosen. Ja, das ist auf jeden Fall zu spüren. Und Martin Braun, den haben wir gerade gehört, der hat gesagt, es kribbelt auf jeden Fall. Aber die Sache mit dem Respekt, die gibt's nur bis zum Anpfiff. Und ja, das ist zu spüren. Nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Ganz Balingen hat sich heute auf den Weg gemacht nach Reutlingen. Denn da wird das Spiel ausgetragen. Liegt genau in der Mitte zwischen Balingen und Stuttgart. Hatten also beide ungefähr eine gleich lange Anreise. Ja, und da kribbelt's auf jeden Fall. Da haben alle Bock. Es sind ungefähr 300 freiwillige Helferinnen und Helfer am Start. Insgesamt gehen 13.400 Menschen in dieses Stadion in Reutlingen. Und das ist natürlich ausverkauft. Das ist angerichtet für auch, wie Burkhard Hupe eben sagte, ein bisschen Wahnsinn heute. Absolut. Und schon die ersten Überraschungen gab's ja gestern. Und die Balinger, die glauben im Schwaben-Duell natürlich an ihre Chance. Das sagt auch Abwehrspieler Matthias Schmitz. Der Respekt vor der Mannschaft vom VfB Stuttgart ist schon groß bei uns. Aber ich glaube, in den 19 Minuten kann man das gut ausblenden. Und da geht man in seinen Zweikampf rein und möchte ihn gewinnen. Und wenn's gut ausgeht, gewinnt man auch. Ja, also die glauben an den Sieg an Katrin und dem VfB. Dem fehlen heute acht Spieler. Der Gegner kann quasi in Bestbesetzung heute antreten. Ist das die Chance also der Balinger? Ja, ich glaube, die große Chance der Balinger ist vielleicht gar nicht so sehr das Personal, sondern wirklich ein besonderer Zusammenhalt. Das haben wir auch in den Tagen vor dem Spiel erlebt. Da sagen Spieler wirklich, ja, wir sind schon auf dem Team. Wir sind eine Mannschaft. Wir sind aber bisweilen sogar eine Familie. Das ist unglaublich familiär. Das sind Freunde, wirklich elf Freunde. Also ganz Oldschool, die da auf dem Platz stehen. Und ich glaube, genau das kann heute den Unterschied machen. Und dann ist, ich hab's gerade schon gesagt, die Atmosphäre eine ganz besondere. Beide Teams tragen weiß und rot. Die Balinger haben für heute natürlich ein besonderes T-Shirt sich anfertigen lassen. Das haben wir viel, viel gesehen im Stadion. Ja, und ich glaube, dieses Familiäre, was bis auf die Tribünen geht, das kann vielleicht den Unterschied machen gegen den großen VfB Stuttgart. Das sagt Ann-Kathrin Rosen zum Schwabenduell TSG Baling gegen den VfB Stuttgart. Sportschau live, der DFB-Pokal. Und jetzt die erste Halbzeit. Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Runde DFB-Pokal. Hier mit der Partie TSG Balingen. Fußball, so viel Zeit muss sein, denn dieser Verein hat noch mehr Abteilungen, gegen den VfB Stuttgart. Und hier ist es tatsächlich so, dass die Teams gerade den Platz betreten haben. Also noch rollt der Ball nicht. Aber in Reutlingen, da haben alle richtig Bock. Und falls ihr die Vorberichterstattung verpasst habt, keine Sorge. Reutlingen, Balingen, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Der Platz heute, das ist der Platz in Reutlingen. Das ist das Stadion an der Kreuzarche. Die Balinger, die haben sich entschieden, die Partie hier auszuführen, weil eben das heimische Stadion deutlich kleiner ist. Aber weil es eben auch dem Sicherheitskonzept für so ein Erstrundenspiel nicht standgehalten hätte. Auch die Kamerapositionen, das wäre alles schwierig geworden. Und genau deshalb sind sie ins ca. 45 Kilometer entfernte Reutlingen umgezogen für den heutigen Tag mit Sack und Pack und 300 Helferinnen und Helfer. Freiwillige, die sind dabei. Und von Stuttgart ist dieses Reutlingen übrigens auch ungefähr 45 Sekunden, sage ich schon, 45 Kilometer entfernt. Also liegt genau in der Mitte der beiden Teams, die hier gerade auf dem Weg sozusagen zum Anstoßkreis sind. Aber aktuell rollt der Ball noch nicht. 0-0, Balingen VfB. Deshalb natürlich keine Tore. Jetzt die Seitenwahl mit den beiden Kapitänen. Wartaro Endo, das ist und bleibt der Kapitän beim VfB Stuttgart. Der Mann mit der Nummer 3. Und ihm gegenüber steht Matthias Schmitz, der Kapitän der Balinger, der ja gesagt hat, natürlich freuen wir uns. Wir wissen um die Bedeutung des VfB Stuttgart in der Region. Und irgendwie nach Dortmund und Bayern oder vielleicht mit den beiden im Gleichklang ist das sicher das speziellste Los im DFB-Pokal für uns in dieser ersten Runde. Und es ist übrigens die DFB-Pokal-Premiere für die TSG aus Balingen. Deshalb wirklich ein ganz, ganz besonderes Spiel. Beide Teams suchen jetzt ihr Plätzchen auf dem Plätzchen. Der VfB Stuttgart in den weißen Trikots. Schiedsrichter ist Robert Kampka. Der checkt jetzt noch mal ganz traditionell. Das muss immer sein, natürlich. Der checkt noch mal die Nette. Die Stuttgarter bilden jetzt einen Kreis. Übrigens vier Veränderungen zum letzten Pflichtspiel. Aber das letzte Pflichtspiel ist ja schon eine Weile her. War gegen den Hamburger SV in der Relegation. Im Vergleich zum letzten Testspiel gegen Sheffield keine Veränderung. Heißt auch, Girassi ist mit dabei, um den es ja in dieser Woche so, so viele Wechselgerüchte gab. Aber die Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag ist abgelaufen. Und deshalb bleibt er, wie man woanders sagt, Stand jetzt Spieler des VfB Stuttgart. Im Tor des VfB Alexander Nübel im gelben Dress der Neuzugang. Der checkt jetzt noch mal seinen Platz und hat jetzt zwischen den Pfosten Platz genommen. Und wir wären dann ready. Könnte losgehen. Also in Balingen gegen den VfB Stuttgart. Die Torhüter sind bereit. Wir schauen noch auf den Mann gegenüber. Auf den Mann im Tor. Der Balinger Marcel Binanza, genannt Gigi. Der hat hier übrigens, während der Ball noch nicht rollt, eine eigene Fangruppierung. Die eben hier schon ein Banner ausgerollt hat für den Mann mit der Nummer 1 bei der TSG Balingen. Im blauen Dress. Der macht sich hier noch mal. Ja, warm wahrscheinlich nicht. Der stretcht sich noch mal. Und jetzt wären alle bereit. Der Ball liegt bereit zum Anstoß. Noch mal durchatmen. Erste Runde DfB Pokal. TSG Balingen Fußball gegen den VfB Stuttgart. Jetzt ist voller Fokus. Jetzt wird es noch mal ein bisschen ruhiger im Stadion in Reutlingen. Und dann könnte es eigentlich losgehen. Wenn ja, wenn wir nicht ein kleines Problem hätten mit dem Netz. Ich habe es gerade eben gesagt. Schiri Robert Kampka, der checkt jetzt noch mal die Netze und ist hier offensichtlich nicht so richtig zufrieden. Deshalb rollt der Ball noch nicht in Reutlingen. Wir haben in der Aufnahme ein kleines Aluminiumteil gesehen, was nicht so fest ist. Also noch kein Fußball in Balingen gegen Stuttgart. Ja, das müssen sie jetzt noch mal überprüfen. Denn zu sehen ist, auch in der Vergrößerung der Fernsehbilder, die wir hier haben, dass das Netz direkt quasi am rechten Pfosten nicht richtig eingehängt ist. Da ist ein kleines Metallstück und da gibt es einen, ja ob das gebrochen ist, kann ich als Nicht-Tor-Sachverständige ehrlicherweise nicht sagen. Und jetzt gibt es hier so ein bisschen Vibes an, ich glaube das war ja noch in den 90ern. Borussia Dortmund mit einem Champions League Spiel und dem berühmten Satz, ein Tor würde dem Spiel gut tun. Damals ist das Tor ganz kaputt gewesen. Jetzt aktuell, wenn ihr euch wundert, dass der Ball noch nicht rollt in Reutlingen, ist es so, dass das Netz offensichtlich nicht richtig verankert ist in dem Metallteil des Tores. Und das sorgt jetzt hier für ein bisschen Verwunderung. Es gibt einen Betreuer, der hat sich jetzt auf den Weg gemacht mit einer kleinen roten Zange und, na klar, dem Klassiker. Kabelbinder, Kabelbinder lösen jetzt hier das erste Problem im DFB-Pokal. Balingen gegen Stuttgart, falls ihr gerade erst dazugekommen seid, der Ball rollt noch immer nicht. Ja klar, sollte er seit vier Minuten, tut er aber tatsächlich nicht, weil das Netz noch nicht intakt ist. Das ist nicht richtig verbunden. Hier ist ein Metallteil kaputt gegangen, offensichtlich vor dem Spiel und beim Check vom Schiri von Robert Kamka ist es aufgefallen. Zwei Kabelbinder lösen jetzt das Problem und damit kann es reingehen in diese Partie. Noch ist nicht angefiffen, aber allein dafür gab es jetzt gerade schon mal den Szenenapplaus, denn immerhin hat dieses Spiel wieder zwei Tore. Noch keine Treffer, aber die Tore, die stehen und jetzt wären dann wirklich alle bereit. Und jetzt geht's rein in die Partie, ist angefiffen TSG Balingen Fußball gegen den VfB Stuttgart. Und das, was ihr im Hintergrund sehr laut hören könnt, das sind die Fans des VfB Stuttgart, die Cannstatter Kurve, wie immer auch auf Auswärtsfahrt unterwegs. Und der VfB kommt über die linke Seite, spielt jetzt nochmal über die Mitte. Und na klar, die werden schauen müssen, wie sie heute an Spielstationen finden werden. Sagadou ist das. Der VfB ja in dieser Vorbereitung ein bisschen zurückgekehrt vom 4-4-2, was wir in der Schlussphase dieser wilden Bundesliga-Saison nicht so häufig gesehen haben. Daher häufig mit anderen Lösungen der Trainer Sebastian Nönes und Sagadou, der jetzt mit dem Spielaufbau in die Zentrale auf Pascal Stenzel, der erstmals seit langer, langer Zeit wieder in der Startformation steht, hat sich empfohlen in der Vorbereitung des VfB. Aber das hat er in den vergangenen Jahren eben auch so häufig und hat es dann nicht ins Spiel geschafft. Der VfB über Karasor legt jetzt raus auf die linke Seite, da versuchen sie das Spiel etwas schneller zu machen, treffen aber auf eine brutal kompakte Balinge-Mannschaft. Na klar, der Regionalligist, jetzt sind sie im Strafraum. End zu Mio ist das. Mio sucht Gerasi, aber da haben die Balinger aufgepasst. Der zweite Ball nicht, dann ist es Mio und Tor! Tor für den VfB Stuttgart, aber abgefiffen, der Treffer zieht dicht. Also jetzt gab es hier gerade ein Treffer für den VfB Stuttgart. Der hat Mio rübergelegt und der Unparteiische, der sagt, Treffer zieht nicht. Da geht die Fahne nach oben, der Treffer von Gerasi. Aber ich bin ganz ehrlich, das überrascht mich ein ganz kleines bisschen, weil das eigentlich okay zu erkennen war. und wir durchaus auch davon ausgehen könnten, dass der Treffer zählen könnte. Jetzt wird hier nochmal kurz diskutiert und dann rollt der Ball erst einmal weiter in dieser Situation. Der VfB wieder im Spielaufbau und kommt jetzt über die rechte Seite. Sucht jetzt hier immer wieder Anspielstationen. Also der Treffer zählt nicht, das können wir jetzt hier nochmal bestätigen. Und der VfB versucht es jetzt über den Keeper, über Alexander Nübel. Er hat Neuzugang ausgeliehen von den Münchnern, aber ist aus Monaco gekommen. Freut sich auf diese Herausforderung beim VfB Stuttgart. Endo jetzt, der Kapitän legt rüber auf die rechte Seite. Ja und sie werden Geduld brauchen bei diesem Spielaufbau. Jetzt der lange Ball in die Zentrale. Ball ist im Strafraum, die Barlinger kriegen ihn nicht unter Kontrolle. Dann ist es Mio. Mio links an der Strafraumgrenze, legt in die Mitte zur Stenzel. Wieder auf Mio. Aber das war gut gedacht und nicht ganz optimal gemacht. Der Ball geht in die Spitze und deshalb ein bisschen zu optimistisch gespielt. Geht übers Toraus hinaus und ist dann einer für die Barlinger. ist einer für den Abschlag für das Team aus der Regionalliga. Die spielen den kurz, hat ein Verteidiger ausgeführt und nochmal rübergelegt zu Marcel Binanza. Und dann ist der Ball links im Seitenaus und es gibt Einwurf für die Barlinger, die jetzt hier auch Anspielstation suchen. Und werfen den Ball erstmal mutig nach vorne. Na klar, die wollen ihre wenigen Chancen, die sie heute haben, auch nutzen. Jetzt der lange Ball über die linke Seite. Aber da hat der VfB Stuttgart aufgepasst. Zwar da noch das Nachsetzen von Jan Ferdinand, vom besten Torschützen der Barlinger in der vergangenen Regionalliga. Es ist auch mit elf Treffern, aber der Ball jetzt erstmal wieder im Seitenaus. Aber für diesen mutigen Angriff gibt es Szenenapplaus. Und vom Trainer des VfB Stuttgart, Sebastian Nunes, gibt es den Zeigefinger hoch. Bitte aufpassen. 0-0 steht es noch. Fünf Minuten sind gleich gespielt und noch keine regulären Tore zwischen dem VfB Stuttgart und den Barlingern. Es gab den Treffer von Girassi, aber da auf Abseits entschieden. Und deshalb zählte dieser Treffer nicht. Eben zweite Minute und jetzt die Barlinger im Spielaufbau. Über Lukas Ranza, der gibt nochmal zurück auf den Mann, der im blauen Dress im Tor steht. Marcel Gigi Binanza, der sagt, na klar haben wir Respekt, aber der eben nur bis zum Anpfiff. Und der ist ja jetzt schon eine Weile um. Der VfB Stuttgart, jetzt unweit der Mittellinie mit Waldemar Anton. Der gibt es weiter auf Gerasor. Und dann legen sie ihn rüber auf die linke Seite. Suchen, na klar immer wieder Girassi. Jetzt Gerasor ein bisschen rustikal vom Ball getrennt von den Barligern. Aber na klar, das ist eine harte Schule. Ein bisschen weiter unten, was die Ligen angeht. In der Regionalliga Südwest, da ist es dann doch ein ganz kleines bisschen rustikaler. Und deshalb gibt es jetzt den Freistoß. Schnell ausgeführt und dann ist er in Bedrängnis. Der Keeper der Barlinger muss da aufpassen, denn Girassi kommt schon rangerauscht. Also da dürften ihm die Kollegen die Sache durchaus etwas leichter machen. Vielleicht nicht zwingend den Rückpass so überraschend und so kurz spielen wie gerade. Oder Querpässe im Strafraum. Auch das haben wir gestern im Pokal gesehen. Nicht zwingend immer die beste Idee. Der VfB Stuttgart kommt über die linke Seite. Verliert den Ball aber im letzten Drittel. Und die Barlinger, die versuchen es jetzt mal schnell zu machen. Aber der VfB hat aufgepasst. Chris Führig ist das auf der linken Seite. Der zeigt jetzt an, wir müssen nochmal ganz in Ruhe aufbauen. Und genau das machen sie. Spielen den Ball rüber. Waldemar Anton ist das. Und der sieht Silas, der sich gegen zwei durchsetzt. Gut gelöst. Legt nochmal zurück auf Karasor. Dann geht's rüber auf die linke Seite. Das ist wieder Führig. Und der sieht, dass Ito mitgegangen ist. Ja, jetzt müssen sie ein bisschen das Tempo rausnehmen. Weil die Barlinger den Druck erhöhen oder zumindest so zustellen. Als hätten sie das mit der Ballschule und den Dreiecken gerade erst unter der Woche im Training gehabt. Der VfB jetzt aber im Strafraum. Und da können sie sich gerade noch so retten. Die Barlinger drehen sich hier einmal um die eigene Hälfte. Und jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab nach vorne. Jan Ferdinand ist das wieder. Aber der ist allein auf weiter Flur. Und Alexander Nübel, der Keeper des VfB Stuttgart, hat aufgepasst und kommt da gar nicht in den Ball wieder raus. Spielt ihn auf die linke Seite. Das ist Führig. Führig. Einmal, zweimal an der Strafraumgrenze. Treibt ihn da parallel zum Tor. Legt ihn nochmal rüber. Hat ein bisschen spekuliert, dass Silas da ist. War er auch. Zwei Barlinger, die waren aber noch ein bisschen vor ihm da. Deshalb keine Torchance hier für den VfB Stuttgart. Also nach diesen ersten gleich acht Minuten ist klar, der VfB wird Geduld brauchen. Aber die Frage ist, wie lang die Barlinger so konsequent verschieben können. Jetzt Girassi. Girassi gegen einen, gegen zwei. Versucht da drüber zu springen gegen die quasi Zange der Barlinger. Das klappt gut. Vergisst allerdings den Ball auf dem Weg zum Tor. Deshalb keine Torchance für den VfB Stuttgart. Wenn ihr gerade erst dazugekommen seid, habt ihr nicht super viel verpasst. Acht Minuten sind gespielt. Es ging ein bisschen später los, weil das Tor in Reutlingen, wo das Spiel heute stattfindet, nicht ganz intakt war. Da mussten nochmal zwei Kabelbinder zum Einsatz kommen. Und deshalb ging es mit ein klein bisschen Verspätung los. Es gab einen Treffer, der allerdings nicht regulär war. Abseits Position da von Girassi. Und deshalb steht es weiter 0 zu 0 in dieser Partie. Der VfB bemüht sich hier um Spielaufbau. Nicht vergessen, die Balinger sind in der Regionalliga Südwest schon im Wettbewerb sozusagen. Die hatten schon ein Spiel. Und der VfB, für den ist das, na klar, das erste Pflichtspiel dieser Saison. Jetzt kommt Balingen über die rechte Seite mit großen Schritten. Und dann ist es wieder Jan Ferdinand. Das ist der Top-Stürmer der Balinger. Der kommt aber nicht mehr ran an den Ball. Der VfB Stuttgart, taktisch hier ebenfalls extrem diszipliniert. Legt den Ball nochmal zurück auf Enzo Mio Mio auf Carasson. Und der verschafft sich erstmal den Überblick im Mittelfeld. Und der VfB Stuttgart. Und der VfB Stuttgart. Keine regulären Tore bisher. In Balingen, der hier aber auf seinen ganz großen Buffon-Moment noch wartet. Noch keine regulären Tore, habe ich deshalb gesagt, weil es in der zweiten Minute ein Treffer gab für den VfB Stuttgart. Gerasi war das, aber der zählte nicht, weil der Stürmer des VfB im Abseits stand. Ansonsten bemühen sich die Stuttgarter um konsequenten Spielaufbau. Und bemühen sich diese kompakten Balinger-Defensivriegel zu knacken. Das ist allerdings in den ersten Minuten überhaupt nicht so einfach. Führe ich hier gerade den Ball verloren. Und deshalb gibt es jetzt einen Wurf für die Balinger von der linken Seite. Für die das heute so ein besonderes Spiel ist. 300 freiwillige Helferinnen und Helfer sind mit am Start, damit alles klappt. Die kümmert sich vom Kartenverkauf über den Kuchen, über die Tipps zur Anreise und wirklich alles. Und das war übrigens der schönste Tipp. Reisen Sie, wenn möglich, mit dem Fahrrad an. Das dürften nur relativ wenige gemacht haben. Reutlingen liegt ja 40 Kilometer in der Mitte von, ja genau dazwischen sozusagen. 40 Kilometer von Stuttgart aus und von Balingen aus. Und das alles kann ich euch erzählen, weil es einen Einwurf gibt, beziehungsweise hätte geben sollen. Aber das sehen wir auch gar nicht so häufig. Falscher Einwurf in dem Fall von Ito. Deshalb nochmal wiederholt. Und jetzt trudelt der Ball nach dem korrekt ausgeführten Einwurf. Langsam zurück zum Keeper der Stuttgarter zu Alexander Nübel. Ball rausgegeben auf die rechte Seite. Waldemar Anton ist das. Der sucht immer wieder an Spielstationen die Reutlinger, die Reutlinger sage ich schon, die Balinger in Reutlingen. So muss es heißen. Verschieben konsequent. Silas hebt hier mal den rechten Arm und zeigt an, wo genau soll ich denn hinspielen. Der sucht die Schnittstelle. Denkt er, er hat sie gefunden. Aber da ist Tim Wörle, da ist der Verteidiger der Balinger. Also die versuchen diese Schnittstellenpässe zu verhindern. Aber klar ist auch, wenn der VfB Stuttgart, das haben wir in dieser Anfangsphase schon gesehen, das Tempo anzieht. Dann ist da richtig was drin, wenn sie denn mal durchkommen. Jetzt die Balinger mit dem Versuch ins letzte Drittel des VfB Stuttgart vorzudringen. Bisher waren sie da zwar schon allerdings ohne Ballkontrolle. Und das führt dann auch dazu, dass der VfB wie jetzt gerade auch mal quer passt vor dem eigenen Strafraum. Ja, finde ich auch gegen den Regionallagisten mutig, fast schon ein bisschen arrogant. Und das führt jetzt dazu, dass es hier ein Foul gibt von Ito von dem Stuttgarter an Jonas Meiser am jungen Balinger. Hier das linke Fußgelenk ein bisschen weggetreten. In Ito sieht es standesgemäß ein bisschen anders. Aber tatsächlich gibt es den Freistoß für die TSG Balingen. Und die gibt es auch komplett berechtigt. Jetzt also Freistoß für die Balinger ausgeführt. Und der ist, ja, vielleicht habt ihr das Raunen im Hintergrund gehört. Das waren, ja, 35, 40 Meter Torentfernung halbrechte Position. Aber der war so mau geschossen, dass er einfach irgendwo an der Eckfahne runter trudelte. Also noch immer 0-0, Balingen, VfB Stuttgart. Keine Tore bisher, aber vielleicht ändert sich das jetzt. Der VfB über die linke Seite, dann prallt der Ball in die Mitte. Abgeprallt und Mio, der beschwert sich. Aber da war ein Balinger dran, das war nicht kontrolliert. Natürlich nicht, wenn der ihm irgendwo zwischen den Knien wie ein Pingpong-Ball hin und her trudelt. Aber das war regulär. Ich glaube, Mio, ja, der sagt da, beschwert sich da in Richtung Handspiel. Aber die Hände waren quasi von den Kniekehlen des Balingers wirklich ganz, ganz weit entfernt. Also, alles fair, alles regulär. VfB Stuttgart, Spielaufbau über die Viererkette ganz hinten. Das machen sie sehr konsequent. Das ist immer wieder Zagadou und auch Ito, der sich jetzt immer wieder ein bisschen nach vorne fallen lässt. Karasor legt jetzt nochmal raus auf Führig. Chris Führig spielt nochmal zurück zu Zagadou. Der schaut sich um, merkt, die Anspielstationen sind übersichtlich und legt zurück zu Waldemar Anton. Es wird ein bisschen statischer, dieses Spiel. Das liegt sicher nicht daran, dass die Balinger schlechter verschieben, sondern dass sie wirklich auf Konter lauern und nach vorne, aber sonst relativ wenig mitbringen. Der VfB Stuttgart jetzt über Karasor, dann über Endo. Und Endo legt raus auf die linke Seite. Ito Führig wäre da, der hat hinterlaufen. Aber der versucht das mit der Flanke in den Strafraum. Und Tim Wörle, der Balinger, der hält noch sein Bein dazwischen. Und deshalb ist der Ball jetzt erst einmal im Seiten aus. Und Ito, der rauft sich hier kurz die Haare. Also so schlimm ist diese Erstrundenpartie dann auch nicht. Es gibt eine Ecke für den VfB Stuttgart von der linken Seite. Führig ist das. Ecke kommt rein an den zweiten Pfosten. Da ist Endo mit dem Kopf da. Der kriegt ihn aber erst einmal nicht unter Kontrolle. Legt ihn nochmal zurück. Silas ist mitgelaufen. Jetzt sind sie an der Strafraumgrenze. Silas gegen einen, gegen zwei. Legt rüber. Da ist Gerasi und da wäre Ito mitgelaufen. Der versucht es aus der Distanz. Aber dafür sind viel zu viele Balinger Füße dazwischen. Die versuchen das jetzt technisch zu lösen. Zweikampf auf der Außenbahn. Akaya ist das gegen Karasor. Und Karasor beschwert sich hier ein bisschen über die unnötige Härte. Allerdings muss ich da ehrlich sagen, stinknormaler Zweikampf. Und Karasor hier offensichtlich nach einer Viertelstunde. Ja, vielleicht auch wegen der sommerlichen Temperaturen. Komplett auf Betriebstemperatur. Und wir sehen gerade auf dem Bildschirm vor uns nochmal diesen Zweikampf von Akaya und Karasor. Und Karasor nimmt sehr früh beide Hände zum Einsatz. Irgendwann wehrt sich Akaya mal. Also lange Rede, kurzer Sinn. Gar keine Aufregung hier von Seiten des VfB Stuttgart. Es gibt einen Einwurf, schnell ausgeführt. Und der geht über die Defensive. Pascal Stenzel ist das, der endlich mal von Beginn an ran darf. Jetzt kommt der VfB über die rechte Seite. Er kommt in die Mitte. Aber abgeblockt von Matthias Schmitz. Es gibt die Ecke für den VfB Stuttgart. Und das sehen die Balinger etwas anders. Herr Schmitz sagt, ich bin doch hier geschubbt worden. Wie man im Schwabenland sagt, also geschubst. Und ja, der ist über zehn Jahre schon in Balingen und fühlt sich hier auf jeden Fall nicht so richtig gerecht behandelt. Also nicht in Balingen, sondern bei diesem Spiel. Ecke für den VfB Stuttgart gibt es trotzdem. Der VfB kommt rein. Halb hoch. Ist im Strafraum. Aber kurzes Durcheinander. Und dann können sie den Ball erstmal rausschlagen. Wer ist erst da dran? Die Balinger oder Enzo Mio Mio ist es. Und dann der mit dem Außenriss schlägt den Ball weit nach draußen. Schlägt ihn zu Alexander Nübel. Zum Schlussmann, der heute eine Startelf-Garantie bekommen hat für das Pokalspiel hier. Aber der auch als Nummer eins in die Bundesliga-Saison geht. Ja, obwohl er die Nummer 33 trägt. Das hat der Trainer, das hat Sebastian Hoeneß unter der Woche bekannt gegeben auf der Pressekonferenz. Und hat auch nochmal gesagt, also für mich ist ganz klar, der hat einen tollen Eindruck hinterlassen. Der bringt ganz viel Ruhe, der bringt ganz viel Klarheit mit. Und ist deshalb jetzt erst einmal die Nummer eins des VfB Stuttgart. Und die neue Nummer eins mit der Nummer 33 hat den Ball rausgegeben auf die rechte Seite. Und der VfB jetzt mit dem Versuch des Spielaufbaus weiter torlos diese Partie. Noch keine Tore, auch nicht nach gut 18 Minuten gleich gespielt. TSG Balingen gegen den VfB Stuttgart. Der VfB, der kann jetzt hier ein Campingzelt aufstellen. So langsam in der Hälfte der Balinger. Denn die sind da fast schon zu Hause. Selten haben es die Balinger geschafft, da aus ihrer eigenen Hälfte rauszukommen. Und jetzt kommt der VfB schon wieder über Enzo Mio. Der legt nochmal zurück auf Ito. Und dann geht es immer wieder über die Seite. Ölberg Chris Führig. Der treibt den Ball jetzt nach vorne. Hier im Zweikampf mit Wörle. Setzt sich durch. Tunnelt den sogar. Ist an der Strafraumgrenze. Versucht ihn in die Mitte zu legen. Und zieht direkt ab. Und da verpasst am zweiten Pfosten die Rassi. Schöne Variante des VfB Stuttgart Führig. Der das technisch ganz wunderbar macht. Der erst Richtung Grundlinie geht. Und dann mit einem Trick, wo man sich gar nicht sicher ist. Ist das Absicht oder hat er es einfach extrem gut gemacht? Und er sich den Ball gegen den linken Fuß titschen lässt. Und ihn mit dem rechten mitnimmt. Und dabei noch den Gegner tunnelt. Also ganz große Fußballkunst hier in der ersten Runde des DFB-Pokals. Und dann zieht er den Ball in Richtung des langen Pfosten. Und da verpasst Girasi nur ganz knapp. Jetzt hat es der Keeper, jetzt hat es Marcel Binanza von den Balingern mal mit dem weiten Abschlag versucht. Der weite Abschlag ist geglückt. Aber seine Kollegen, die waren dann nicht so schnell mit dabei. Deshalb Nübel, der Stuttgarter Keeper. Ganz sicher mit dem Ball wieder zurück. Und jetzt sind die Stuttgarter schon wieder in der gegnerischen Hälfte. Und Zagadou, der hatte offensichtlich wenig Lust, sich das von da hinten noch einen Moment anzuschauen. Hat den Ball nach vorne getrieben, ihn jetzt aber verloren. Jetzt fehlt Zagadou hinten. Aber Karasor, der hilft aus. Und die Balinger, die haben jetzt gerade so ein bisschen ihre Struktur, ihre extrem engen Ketten ein bisschen aufgelöst. Das lässt sich von oben übrigens ganz fantastisch sehen. Wie toll die verschoben haben in den ersten gleich gut 20 Minuten, die gespielt sind. Und wenn ihr euch jetzt wundert und denkt, warum denn erst 20 Minuten? Wir haben ein bisschen später angefangen hier in Reutlingen. Es gab noch ein kleines technisches Problem mit dem Tor. Zwei Kabelbinder haben geholfen. Und jetzt sitzt das Netz auch richtig und fest. Aber gezappelt hat es erst einmal beim Abseits-Treffer von Gerasi zweite Minute. Noch keine regulären Tore. Vielleicht ja jetzt. Karasor spielt den Ball in die Zentrale. Da ist Mio. Mio legt nochmal rüber. Und da Silas. Aber Matthias Schmitz, der Kapitän der Balinger, hat aufgepasst. Und hat den Ball mit der Fußspitze aus der Gefahrenzone befördert. Raus auf die linke Seite. Und deshalb gibt es den nächsten Eckball für den VfB Stuttgart. Hinterm Tor der Balinger übrigens heute zu Gast, gerade jetzt, ist das Maskottchen des VfB Stuttgart. Fritzle, ja bekannt als Krokodil, drückt da auf jeden Fall die Daumen. Und Fritzle sieht jetzt die Ecke von Mio. Die kommt hoch. Die kommt sehr hoch. Und die kommt zwar auf den Kopf von Waldemar Anton, aber dann eben auch direkt in die Arme von Marcel Binanza. Vom Schlussmann der Balinger beim Stand von 0 zu 0. Balingen gegen Stuttgart. Die Balinger jetzt über ihre linke Seite, über ihre linke Defensivseite legen den Ball nochmal zurück zu ihrem Schlussmann. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen. Ja, beim württembergischen Landespokalsieger. Der Mann, der im Tor steht. Und sie haben ja das Finale gewonnen gegen die Stuttgarter Kickers. Und da gab es schon ein Elfmeterschießen. Und da sagt er, da ist man komplett im Tunnel. Da interessiert einen nichts anderes mehr. Und ich glaube, dass er das auch mit in die Partie heute gegen den VfB Stuttgart genommen hat. Jetzt der lange, trudelige Ball, der aber auch gar keine Torgefahr ausstrahlt. Und jetzt sehen wir gerade Atakan Karasor, der ja neu im Mannschaftsrat der Stuttgarter ist. Der hier sich mit dem Trikot die Schweißperlen von der Stirn wischt und den Kopf schüttelt. Also so richtig zufrieden ist er nicht. Der Bundesligist nach 22 Minuten noch kein Tor hier gegen den Regionalligisten aus Balingen. Aber das liegt auch daran, dass die Balinger bisher sich kaum Fehler erlauben. Und jetzt kommt der VfB Stuttgart über die rechte Seite. Ist hier schon im Strafraum. Silas ist das. Dann legen sie den Ball nochmal zurück. Haben aufgepasst, die Balinger hier wenig Kontrolle über den Ball. Deshalb trudelt der Ball jetzt raus. Ist am Mittelfeld und wird wieder rausgelegt auf die linke Seite. Enzo Mio ist das, der legt ihn in die Mitte. Und da sehen sie Gerasi mit dem Abschluss. Aber gar kein Problem, zumindest kein ernstzunehmendes für Binance, für den Keeper der Balinger. Der glaube ich so ein bisschen damit gerechnet hat, dass dieser Schuss aus 14, 15 Metern kommt. Kann ihn nicht sofort fangen, muss ihn so ein bisschen runterprallen lassen. Aber er wischt ihn dann im Nachfassen. Der lange, weite Ball nach vorne. Und Nübel ist raus aus dem Tor, ist auch raus aus dem Strafraum. Muss jetzt mal zeigen, was er mit dem Füßchen kann. Das hat funktioniert. Ja, und spielt jetzt hier Fußball auf der rechten Außenbahn. Und hat den dann aber doch nach draußen befördert. Also ein mutiger Auftritt hier in den ersten Minuten. Gerade von dem Mann, der neu ist beim VfB Stuttgart. Vom Schlussmann von Alexander Nübel. Er zuletzt nach Monaco ausgeliehen, wo es so ein bisschen gemischt ausfiel, wie sie das so fanden. Jetzt die Balinger wieder auf dem Weg zum Tor. Aber diesmal ist es dann Axel Sagadu, der Verteidiger des VfB Stuttgart, der aufgepasst hat. Und es gibt den ersten Szenenapplaus. Ich glaube, ihr könnt ihn durchaus hören. Hier in Reutlingen für die Balinger. Denn es gibt die erste Ecke. 24 Minuten gleich gespielt. Erste Ecke für die Balinger von der linken Seite. Und die macht Lukas Ramser. Jetzt gibt es hier die ersten Pfiffe. Na klar, die wollen alles tun. Ramser hebt den linken Arm, bringt ihn an den ersten Pfosten. Da kriegen sie ihn nicht verlängert. Aber zweiter Ball. Das ist einer für Akaia. Der zieht nochmal ab. Dann trudelt er auf den Elfmeterpunkt. Und da haben sie Orientierungsschwächen. Und deshalb schaltet der VfB Stuttgart um. Und das geht schnell. Das geht wahnsinnig schnell. Aber geht nicht zu schnell für die Balinger. Jonas Vogler hat aufgepasst. Hat die Situation jetzt entschärft. Na klar, da waren sie fast, fast alle mit nach vorne gekommen. Haben hier versucht, die Ecke zu nutzen. Aber jetzt kommt der VfB schon wieder mit dem Schnittstellenpass. Auf Mio Enzo. Mio Tor. Tor für den VfB Stuttgart. Die Führung. Der VfB Stuttgart geht hier in Führung. 1 zu 0 in Balingen. Enzo Mio 24. Minute. Und ich glaube, die Balinger, die waren noch ein bisschen bei ihrer ersten Ecke. Die hatten sie noch. Die gute Idee, dass sie die irgendwie nutzen wollten. Und dann geht's. Razzifazzi. Silas auf Enzo Mio. Und der sieht das kurze Eck. Und da macht er sich noch ganz lang. Marcel Binanza, der Keeper. Der Balinger streckt ihr das Bein aus. Es versucht noch in einer Art, ja, halbem Spagat das Ding zuzumachen. Die kurze Ecke ist das Torwart-Eck. Und Enzo Mio, der drückt ihn über die Linie und bedankt sich jetzt ganz oben. Wahrscheinlich nicht zwingend beim Fußballgott, aber eben mit dieser Geste. Zwei Finger gegen Himmel. Und das ist die Führung für den VfB Stuttgart. Und jetzt gibt's was. Das erleben wir ja im Sommer dann doch ein bisschen häufiger. Es gibt eine Trinkpause in dieser Partie nach der Führung für den VfB Stuttgart in Balingen. Also hier führt der Favorit 1-0 Stuttgart gegen Balingen. Jetzt gibt's ja auch eine ganz kurze, ja, vielleicht sogar taktische Besprechung nochmal. Das ist was, was die Balinger jetzt nutzen können nach diesem Gegentreffer durch den VfB. Der natürlich seine Möglichkeiten hatte, schon in der Anfangsphase dieser Partie. Aber der natürlich auch so ein bisschen, ja, da haben sie gehofft, dass sie mehr ihrer Möglichkeiten nutzen können. Die Balinger, die überraschen wollten mit ihrem familiären, mit ihrem tollen, mit ihrem großen Zusammenhalt. Und jetzt liegen sie hier 0-1 zurück. Gleich 26, naja, jetzt sind schon 26 Minuten gespielt, jetzt habt ihr den Pfiff gehört. Geht weiter nach der kurzen Trinkpause bei sommerlichen Temperaturen in Reutlingen und beim Torschützen bei Enzo Mio. Da haben wir eben gesehen, wie die Schweißperlen selbst beim Wassertrinken geronnen sind. Also da ist schon richtig, richtig Schweiß auf der Stirn. Jetzt kommt der VfB Stuttgart über die linke Seite. Aber Meiser hat aufgepasst, hatte da noch den Fuß dazwischen und der letzte Kontakt war ein Stuttgarter. Deshalb gibt es den Einwurf für Balingen. Moritz Kuhn ist das. Dann versuchen sie es. Raus mit dem Ball. Raus auf die linke Seite. Die Seitenverlagerung geht beim Regionalligisten über mehrere Stationen. Das funktioniert aber ganz gut. Erst einmal unbedrängt sind jetzt in der Hälfte der Stuttgarter. Jetzt gibt es den langen Ball nach vorne rein. Ja, gut gedacht, nicht ganz optimal gemacht haben sie gesehen. Lukas Ramser ist gegangen auf der rechten Außenbahn und die Idee war, den schicken wir mal. Ja, der Ball war aber dann deutlich weiter weg, deutlich optimistischer gespielt, als Lukas Ramser Tempo aufnehmen konnte. Deshalb Abstoß für den VfB Stuttgart. Nübe gibt den Ball in die Partie, der ist jetzt schon wieder am Mittelkreis. Und da versuchen sie es wieder mit Tempo. Girassi mit dem Außenriss, der hat Enzo Mio gesucht und der entschuldigt sich sofort. Girassi weiß, ja den habe ich ebenfalls ein bisschen zu optimistisch gespielt. Deshalb gibt es einen Wurf für die Balinger. Nehmen sie direkt ab, versuchen sie nach vorne zu spielen auf der Außenbahn. Die Stuttgarter jetzt über Karasor im Mittelfeld. Und dann ist es immer wieder Girassi. Girassi schickt Silas auf die Reise. Silas im Strafraum. Man legt ihn sich nochmal zurück. Da ist wieder Girassi, der fällt. Aber Schiri sagt, war gar nichts. Karasor, der kretscht. Aber am Ende sind die Balinger in Ballbesitz. Robert Kamka eben übrigens bei dieser Szene sehr gut gestanden. Zwei, drei Meter entfernt vom vermeintlich gefoulten Girassi. Also alles gut in dieser Szene. Ja, in Balingen bzw. Balingen gegen Stuttgart führt der Bundesligist weiterhin mit 1 zu 0. Die Stuttgarter seit der 25. Minute, seit dem Treffer von Enzo Mio in Führung. Und jetzt gab es gerade nach einem Foul an Chris Führig. Und zwar nach einem, was überhaupt nicht zur Diskussion steht von Tim Wörle. Hier einen kleinen Pfiff. Da gibt es gleich den Freistoß. Währenddessen wir hier gerade auf unserem Bildschirm nochmal die Wiederholung sehen. Eben einer vermeintlichen Elfmetersituation. Girassi, der hat sich da beschwert. Aber alles regelkonform. Für mich kein strafstoßwürdiges Foul. Für Dr. Robert Kamka, für den Schiedsrichter auch nicht. Jetzt aber zurück auf den Platz. Wir schauen auf den Freistoß für den VfB Stuttgart. Girassi und Stenzel stehen da bereit. Sprechen sich ab. Halblinke Position. Und Marcel Binanza, der stellt sich hier nochmal seine Mauer. Da liegt sogar einer hinter der Mauer. Ein Balinger. Und wir schauen auf den Freistoß. Der kommt. Ganz gut. Aber nicht optimal. Optimal. Girassi mit dem Ball über das Tor. Und die Balinger, wie gesagt, mit einer Mauer aus fünf stehenden Spielern und einem, der sich noch dahinter gelegt hat. Also versucht alles zu bedenken. Und das klappt eigentlich ganz gut beim Regionalligisten, der sich hier wacker schlägt in dieser ersten, ja gleich halben Stunde, die gespielt ist. Noch mal kurz, um das Ganze ins Verhältnis zu setzen. 0 zu 1 liegen sie ja zurück. Die Balinger, die es jetzt mal versuchen über die rechte Seite. Wasa Gadou hat aufgepasst und macht das jetzt ganz gemütlich mit Spielaufbau. Ja und die Balinger, na klar, spielen die in der Regionalliga. Aber früher hätte man mal gesagt, das sind trotzdem Feierabend-Kicker. Montag, Dienstag, Donnerstagabend steht Training an. Die letzte Einheit in dieser Woche, die gab es dann in Reutlingen. Ja und jetzt die Feierabend-Kicker gegen die aus der Bundesliga. Und die kommen schon wieder. Enzo Mio, der kommt nicht mehr dran im Strafraum an den Ball und legt jetzt den Kopf in den Nacken, als wollte er sagen, den hätte ich doch noch kriegen können. Chris Führig aber war da, der hat ihn. Ist auf der linken Außenbahn, gibt ihn rein in die Zentrale. Führig-Doppelpass mit Endo, da ist es wieder Führig gegen zwei. Mio eilt zur Hilfe und lupft ihn dann in den Strafraum und dann ist es Endo. Einmal, zweimal, aber geklärt von den Balingern. Aber nicht nachhaltig. Wieder Führig, wieder Führig auf der linken Seite. Wieder mit Übersteiger. Den kriegen sie gar nicht in den Griff. Der Ball in die Mitte. Und jetzt kriegen sie ihn im ersten Verlauf geklärt. Denkst du, Mio ist schon wieder da. Der tanzt die wirklich ins Nirvana, mag man denken. Jetzt der Abschluss, aber der in die Arme des Keepers. Und dann war es der Kapitän, dann war es Wataru Endo, der sich hier für den Abschluss entscheidet. Aber von Enzo Mio werden sie in Balingen heute Nacht vielleicht noch träumen. Bisher nicht ganz traumhaft verlaufen diese erste Halbzeit für die Balinger, die Stuttgarter führen. Dank des Treffers von Enzo Mio mit 1 zu 0. Seit der 25. Minute gleich 32 Minuten gespielt. Ging ja ein bisschen später los hier, wegen eines Defektes am Tor. Und jetzt gibt es den Abschlag des Keepers, wollte ich sagen. Aber das ist bei den Balingern immer einer für den Kapitän, für Matthias Schmitz. Der schaut sich jetzt hier kurz um und dann geht der Ball auf die Reise mit dem rechten Fuß weit nach vorne. Ja, sie versuchen es jetzt mit den langen, weiten Bällen. Da haben sie doch den Nübel eben schon mal aus dem Kasten gelockt. Aber jetzt ist Zagadou da und der macht es vielleicht eine Spur zulässig. Denn da ist auch Jonas Meiser mitgegangen. Der Balinger, der Mann mit der Nummer 7, der jetzt hier aufgepasst hat. Und jetzt versuchen sie weiterhin den VfB unter Druck zu setzen. Es ist aber so, dass sich der VfB rausspielen kann. Nicht besonders gut, denn der Ball auf die linke Seite, auf Chris Führig, der landet im linken Seiten aus. Auch Führig mit der etwas unzufriedenen Geste hier gerade. Denn er weiß, ja, den wollte ich eigentlich kriegen. Also gerade über die linke Offensivseite des VfB Stuttgart und die rechte Defensivseite der Balinger ist der Regionallegist anfällig. Enzo Mio ist so ein bisschen der Endgegner der Balinger in dieser ersten halben Stunde. Der macht da viel Alarm und hat einmal so viel Alarm gemacht, dass es dann auch zu dem Treffer reichte. Aber Chancen hatten die Stuttgarter schon auch noch ein, zwei mehr. Die Balinger jetzt nochmal über ihren Keeper. Ball kommt ins Mittelfeld, da kriegt ihn der VfB aber unter Kontrolle. Kommt jetzt wieder über links über Führig. Führig sieht den Kapitän, sieht Endo. Endo legt ihn quer auf Silas, sieht das gefoult. Aber geht erstmal weiter. Vorteil VfB Stuttgart an der Strafraumgrenze. Und da ist es Enzo Mio. Und jetzt verliert er tatsächlich mal den Ball. Und deshalb gibt es den Szenenapplaus. Aber der hält ganz kurz, denn Tim Wörle mit dem Fehlpass für die Balinger. Und jetzt sind die Ketten mal offen. Jetzt gibt es den Distanzschuss. Tor! Tor für den VfB Stuttgart. Was für ein Distanzschuss. Ich glaube, da dachten alle, der geht noch ein Stück. Der macht das noch ein bisschen. Aber nee, macht er gar nicht. Wahnsinns-Treffer für den VfB Stuttgart. Ja. Da haben sie alle gedacht, der VfB, der tänzelt sich wieder vor in Richtung Strafraum. Da haben sie alle gedacht, ja, die machen das wieder an der Strafraumgrenze. Aber denkste, es kam komplett anders. Es gab den Distanzschuss von Silas von Kurz hinter der Strafraumgrenze. Einfach mal drauf gehalten. Den Ball ins rechte, obere Ecke zickelt. Und dann senkt er sich. Ja, und Marcel Binanza, der steht so einen Tacken vorm Tor. Aber der hat da gar keine Chance. Der zirkelt den Ball komplett in den Knick. Und genau so muss ein Treffer in so einer ersten Pokalrunde nicht zwingend aussehen. Aber wenn er so aussieht, dann ist es wunderschön. Also, 2 zu 0 VfB Stuttgart in Balingen, wollte ich sagen. Aber gegen Balingen in Reutlingen, um da ganz korrekt zu bleiben. Dieser zweite Treffer, der ist von Silas einer von der Strafraumgrenze. Er hat das super gelöst. Er hat sich gedacht, ja, wenn die mal aufmachen, wenn die uns mal ein bisschen mehr Räume geben und das Ganze eingeleitet durch einen Fehlpass von Tim Wörle, dann nutze ich das doch mal. Und jetzt kommt der VfB schon wieder. Chris Führig ist das auf der linken Seite an der Strafraumgrenze mit dem Übersteiger in die Zentrale. Und da ist Girassi, aber der kriegt ihn im Fall nicht in Richtung Tor, sondern in Richtung Eckfahne. Und wer ist da? Na klar, Führig. Immer wieder Führig. Gegen einen, gegen zwei legt nochmal zurück auf Ito. Ito auf Karasor. Jetzt werden sie ein bisschen rausgedrängt von den Balingern, aber weitestgehend ungestört findet das Fußballspiel des VfB Stuttgart hier nach gut 36 gespielten Minuten gleich statt. Zwei Treffer haben sie schon erzielen können, die Stuttgarter. Ich gehe aber mal davon aus, dass das nicht der letzte Treffer gewesen sein wird. Dieses Traumtor eben von Silas zum 2 zu 0. Wunderschön aus 20 Metern da oben ins Eck gezickelt. Also so muss man den erstmal machen. Apropos machen, nächster Versuch. Diesmal ist es Endo, der nimmt den mit und gibt ihm dann Volley mit dem linken Fuß in Richtung Tor. Aber auch da, jetzt war er da. Jetzt war der Mann, den sie Gigi nennen, zur Stelle. Hat ihn da kurz prallen lassen, aber hat den Ball dann sicher Marcel Binanza, der Schlussmann der TSG Bali. Und jetzt werden die Stuttgarter Fans auch immer wieder etwas lauter. Wir haben die natürlich eben bei dem Treffer gehört, aber jetzt merken sie, das läuft hier. Das läuft ganz gut in der ersten Runde des DFB Pokals. Ohnehin der VfB Stuttgart, ohne dass wir hier irgendwas chingsen wollen, ja lange nicht mehr gegen einen Amateurclub ausgeschieden. Ganz früh im DFB Pokal. Das letzte Mal 1995 gegen den SV Sandhausen, damals noch Regionalliga. Aber heute sieht es zumindest ein bisschen anders aus. Hier sieht es ganz gut aus für den VfB. 38 Minuten gleich gespielt. Der VfB kommt schon wieder über Endo. Der hat Platz, der hat richtig viel Platz. Legt ihn in die Mitte auf Girassi. Girassi legt ihn quer. Und jetzt gibt es Elfmeter Denkste. Es gab auf jeden Fall den VfB, aber es gibt die kurze Diskussion. Und wenn ich Dr. Robert Kamka richtig deute, genau so ist es, dann war es abseits schon beim Zuspiel auf Girassi. Und deshalb ist völlig irrelevant, ob Girassi danach ein kleines, sagen wir mal, ja, einen kleinen Kontakt hatte mit dem Keeper. Und der zeigt übrigens sofort an, ich habe den Null berührt. Ist aber jetzt auch nicht weiter diskussionswürdig, denn schon zuvor ging die Pfade des Assistenten nach oben. Gibt jetzt kurz Pfiffe im Stadion, aber weiterhin führt der VfB Stuttgart mit 2 zu 0 gegen die TSG Balingen. Balingen jetzt mal in der Hälfte des VfB Stuttgart. Und in dem Moment, wo man es ausgesprochen hat, die Stuttgarter schon wieder den Ballbesitz und mit dem kontrollierten Spielaufbau hinten raus. Waldemar Anton über die rechte Seite. Jetzt sind sie kurz vor der Mittellinie. Zagadou ist das, der hat auch viel Platz. Drei, vier Meter hat sich ja eben mal entschlossen, hier so ein bisschen weiter nach vorne zu gehen. Fehlte dann für einen kurzen Moment hinten. Aber das hat jetzt besser geklappt, legt ihn raus auf die linke Seite. Führig, Karasor, Karasor, Führig. Es ist so ein Zusammenspiel, das wir sehr häufig sehen. Jetzt die Tore, den sie hier faulen. Im Mittelfeld wird aber direkt die Aufstehhilfe angeboten von Moritz Kuhn. Dem Balinger, der auch eine Stuttgarter Vergangenheit hat. Er hat in der Jugend gespielt vom VfB Stuttgart. Es gibt einige auf Seiten der Balinger, die Stuttgarter Vergangenheit haben. Na klar, die Entfernung nicht groß. Und ein paar haben es dann nicht geschafft. Den Sprung nach ganz oben, den Sprung in die Bundesliga, aber den Sprung in die Regionalliga. Jetzt gibt es Freistoß nach diesem Foul für den VfB Stuttgart. Halblinke Position. Der kommt halb hoch rein, kommt dann den zweiten Pfosten da verlängert. Aber Situation hier abgefiffen. Nach einem Stürmerfoul gibt es den Abschlag vom Keeper der Balinger vom Mann im blauen Dress. Aus dem Verein, wo die Spieler sogar sagen, das ist mega familiär. Wir sind hier halt nicht einfach irgendwie eine Mannschaft. Wir sind richtig gute Kumpel. Wir sind fast schon Freunde. Und das gibt es ja im Profigeschäft vielleicht auch nicht immer, dass alle Freunde sind. Die TSG Balingen, die sagt es über sich auf jeden Fall. Die spielen hier heute übrigens genauso, wie es der Trainer des VfB Stuttgart erwartet hat. Also darauf, dass sie auf Konter lauern. Genau das versuchen sie jetzt raus über die linke Seite. Die Balinger jetzt mal mit ein bisschen mehr Platz. Da kommen sie über die linke Seite über Adrian Müller. Der versucht es jetzt, legt den Ball in die Mitte. Sie sind ungefähr, ja, 10, 15 Meter hinter der Mittellinie in der Hälfte des VfB Stuttgart. Wechseln jetzt die Seite, legen raus auf die linke Seite. Da ist Moritz Kuhn, legt den Ball in die Zentrale. Und da sind sie nicht wach genug. Jetzt aber zweiter Ball für Balingen. Kerasol geht dazwischen und es gibt die nächste Ecke. Und auch deshalb den Szenenapplaus der Fans hier in Reutlingen, wo das Spiel ja stattfindet. Stadion an der Kreuzeiche. 13.400 passen rein, 13.400 sind drin. Übrigens bei den Balingern auch das Spiel. Gar nicht in den freien Verkauf gegangen. So viele, ja, helfende, so viele Mitglieder, so viele aus Balingen, die dabei sein wollten. Also die Tickets, die waren ruckzuck weg. Es gibt die Ecke für Balingen, kommt halb hoch rein. Nicht gut geschossen, ehrlicherweise. Ito hat da noch den Kopf dazwischen und deshalb gibt es den nächsten Einwurf wieder für die Balinger. 20, 25 Meter von der Grundlinie entfernt auf der rechten Seite. Jetzt wechseln sie nochmal kurz. Wer will nochmal, der hat noch nicht geworfen. In dem Fall ist das Moritz Kuhn. Kuhn sucht jetzt hier eine Anwurfstation, findet sie in Buchatza. Der legt den Ball in die Mitte, aber auch den kriegen sie nicht unter Kontrolle. Sind hier vielleicht manchmal, ja, die Sekunde zu langsam für den Bundesligisten. Der legt den Ball jetzt raus auf die rechte Seite. Girassi im 1 gegen 1. Girassi setzt sich durch. Girassi legt in die Mitte auf Sidas und der vertändelt den Ball. Du ahnst es nicht. Und das war sie, die nächste große Möglichkeit für den VfB Stuttgart. Noch stets 2 zu 0. Aber jetzt ist der VfB wieder da. Tor für den VfB Stuttgart. Das 3 zu 0. Girassi. Und eben sag ich, noch stets 2 zu 0. Weil sie die ganz, ganz große Möglichkeit hatten. Nicht mal eine Minute zuvor. Dann aber toll herausgespielt über die linke Seite. Enzo Mio, der legt rüber, der legt quer auf Girassi. Und wieder vorausgegangen ein Fehlpass der Balinger. Und die bestrafen sich für ihre, ja, für diese Fehler fast selbst. Und dann ist es Enzo Mio, der Tim Wörle im Strafraum sogar noch tunnelt. Und zumindest in der Kreisliga sagt man, das gibt einen Kasten. Und dann ist Girassi da, der völlig, ja, am zweiten Pfosten total frei ist, einschieben kann. Und da kann auch der Keeper, da kann auch Marcel Binanza gar nichts mehr machen. Und deshalb steht es jetzt hier 3 zu 0 für den Bundesligisten in der 43. Minute der Treffer für den VfB Stuttgart. Und wenn ihr gerade in der Konferenz zuhört, nicht wundern. Dieses Spiel hier in Reutlingen hat ein bisschen später angefangen, weil es ein klitzekleines Problem gab mit dem Tor. Da mussten zwei Kabelbinder helfen, damit das Netz noch befestigt werden kann. Und deshalb sind wir hier noch drauf. Also noch sind wir hier nicht im Bereich Nachspielzeit, sondern hier ist noch regulär ein bisschen was auf der Uhr. Eine Minute ungefähr ist regulär noch da. Und der VfB Stuttgart, der will hier vielleicht vor der Halbzeit es noch ein bisschen deutlicher machen. 3 zu 0 steht es aktuell für den Bundesligisten, gerade eben Girassi mit dem dritten Treffer. Und jetzt kommen sie schon wieder. Enzo Mio über die linke Seite legt den Ball aber nochmal zurück auf Ito. Jetzt wird hier jeder einzelne Ballkontakt frenetisch gefeiert. Und Carassoa legt den Ball jetzt nach vorne. Also ich habe das Gefühl, so ein kleines bisschen nehmen sie jetzt vielleicht doch Tempo raus. Aber vielleicht straft mich der VfB Stuttgart jetzt auch gleich Lügen. So ist es, Girassi wieder mit dem Außenriss versucht das Tempo zu erhöhen. Aber jetzt haben die Balinger mal aufgepasst. Also sehr, sehr viele Fehlpässe hier vor den Toren. Und das ist so bitter, weil die Balinger sich eigentlich tapfer und gut gewährt haben. Und sich dann immer mit individuellen Schnitzern hier das Leben schwer machen. Enzo Mio kommt schon wieder über die linke Seite. Sieht Chris Führig. Strafraumgrenze Führig. Sieht in der Mitte. Lauert Girassi. Wer ist denn da mitgelaufen? Kommt nicht durch gegen zwei. Dann ist es Carassoa. Jetzt Führig mal auf der rechten Seite. Der ist auch einfach überall da, wo er irgendwie gebraucht wird. Legt nochmal in die Mitte. Und jetzt können sie hier kurz ein paar Spiele machen. Girassi gegen einen, gegen zwei. Girassi. Abgeblockt von den Balingern. Jetzt nochmal. Und dann landet der Ball. Der lange in der Luft war in den Armen von Marcel Benanza. Vom Schlussmann der Balinger. Und der zeigt jetzt nochmal an. Der macht nochmal die Geste. Jungs nach vorne. Mit seiner rechten Hand. Mit der großen Pranke zeigt er an. Vielleicht geht noch was vor der Halbzeit. Noch kein Tor für den Regionalligisten. Aktuell läuft hier für den Bundesligisten alles komplett nach Plan. Wenn man das so sagen möchte. Zumindest wenn man es mit dem Bundesligisten aus Stuttgart hält. Jetzt gerade die Partie kurz unterbrochen. Nach einem Foul hier. Unweit der Mittellinie. Aber weiterhin ein sehr, sehr faires Spiel. Trotzdem gibt es den Freistoß für die Balinger. Jetzt stimmen die Fans des VfB Stuttgart. Ja schon mal ein bisschen die ganz großen Liebesgesänge. Zu ihrem VfB. Zu ihrem Verein an. Während die Balinger kurz ausgeführt, schnell ausgeführt haben. Ihren Freistoß. Aber auch wieder nach hinten spielen. Da fehlt ihnen klar. Bei einem 0-3 zur noch nicht Halbzeit. Ein bisschen, möchte ich fast sagen, der Mut. Aber wie kann man ihnen das vorwerfen? Exakt gar nicht. Jetzt spielen sie wieder hinten rum. Immer wieder über den Keeper. Über Marcel Binanza. Der in der ersten Halbzeit ja dreimal bisher hinter sich greifen musste. Der Schussmann. Und jetzt ist der Ball weit rausgegangen. Auf die rechte Seite aber gleich zwei Balinger, die sich da gegenseitig behindern. Hier hat Jan Ferdinand, der Torschütze, der Beste der Balinger, denen jetzt gerade völlig der Spielaufbau fehlt. Da gelingt gerade nichts. Und der VfB macht gerade nichts. Der hat hier gerade einen kurzen Schlag abbekommen, hebt kurz die Arme, atmet noch einmal kurz durch und merkt jetzt hier, okay, also irgendwie trudeln wir hier dem Pausentier entgegen. Und genau so ist es. Der VfB Stuttgart führt mit 3 zu 0 beim Regionalligisten TSG Balingen. Damit gehen wir rüber zum TSG Balingen gegen VfB Stuttgart. Da ist es etwas klarer. Der VfB führt mit 3 zu 0. Und Ann-Kathrin Rosen hatte es zwischendurch auch gesagt, die haben die Zelte da aufgeschlagen im Balinger Strafraum. Deswegen führen sie jetzt eben auch mit 3 zu 0. Ann-Kathrin, lass uns aber über die Balinger sprechen. Wie schlagen sie sich denn bislang aus deiner Sicht? Ja, ich würde sagen, die bemühen sich nach Kräften. Also die haben gerade in diesen ersten Minuten, haben die wahnsinnig gut verschoben. Also das war so ein bisschen, wenn man E-Jugenden schulen möchte, wie Ketten verschieben müssen, dann könnte man da durchaus zeigen, wie die Balinger das in den ersten 10-15 Minuten gemacht haben. Aber das Bittere ist, dass sie sich eben mit individuellen Fehlern dafür nicht belohnen. Sie bestrafen sich selber mit Fehlpässen, die in zwei von drei Fällen zum Tor geführt haben. Das heißt, der VfB Stuttgart kann natürlich hier auch völlig verdient 3 zu 0 führen. Er müsste es aber nicht zwingend, wenn die Balinger nicht so viele individuelle Fehlpässe sich geleistet hätten. Vielen Dank dir für dieses Zwischenfazit. Ja, und damit auch hallo und herzlich willkommen zurück aus Reutlingen in Reutlingen, wo die TSG Balingen Fußball, so viel Zeit muss sein, den VfB Stuttgart empfängt in den zweiten 45 Minuten. Noch aber sind die alle nicht auf dem Platz, denn wir sind hier ein bisschen später in die ersten 45 Minuten in die erste Halbzeit reingegangen. Und wenn ihr gerade erst dazugekommen seid, dann haben wir jetzt, wo beide Mannschaften noch nicht zurück auf den Platz sind, wo es nach Stadionwurst und glaube ich Streuselkuchen riecht, noch ein bisschen Zeit einen kleinen Recap zu machen von diesen ersten 45 Minuten und vor allen Dingen von der Szene vor dem Spiel. Da war es nämlich so, dass der, ja, das Tor hatte ein ganz kurzes Problem, beziehungsweise Schiedsrichter Robert Kampka mit dem Tor. Es gab hier richtig, richtig starke Dortmund in Madrid Vibes. Wenn ihr zu jung seid, um euch daran zu erinnern, dann lasst euch mitnehmen. 1998 war das im Halbfinale UEFA Champions League zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund. Ja, da ist ein umgefallenes Tor, hat den Beginn dieses Spiels verzögert und dahingehend würde ich sagen, haben wir heute richtig, richtig Glück gehabt mit dem Spiel in Balingen oder Balingen gegen Stuttgart. Denn hier waren es keine 76 Minuten. 76 Minuten hat das damals gedauert, bis man im Bernabeu Stadion ein neues Tor organisieren konnte. Der Pfosten war, wenn ich mich richtig erinnere, gebrochen. Hier war es heute nicht ganz so dramatisch. Da gab es einen kleinen, ja, einen kleinen Fehler im Tornetz unten rechts, direkt hinter dem Pfosten, der übrigens völlig intakt war oder zumindest so aussah. Und dann wurde das von einem, ja, Betreuer der Balinger gelöst. Hochprofessionell, man muss sich ja nur zu helfen wissen, mit zwei Kabelbindern. Und genau diese beiden Kabelbinder, die haben dann dafür gesorgt, dass die Partie losgehen konnte mit drei, vier Minuten Verspätung. Also im Vergleich zu dieser Madrid-Geschichte von 1998 sind wir gut weggekommen zeitlich. Und dann ging es rein in die Partie. Der VfB Stuttgart hat sich gerade in der Anfangsphase 10, 15 Minuten richtig schwer getan mit diesen gut verschiebenen Ketten des Regionalligisten. Die haben das gut gemacht. Die Balinger, die haben gesagt, klar wollen wir die wenigen Chancen, die wir haben, nutzen. So richtig viele hatten sie davon, aber in den ersten 45 Minuten nicht. Und der VfB Stuttgart, der hat sich so, ja, bis zur 19. 20. Minute schwer getan mit diesem kompakten Gegner. Dann aber das 1 zu 0, 25. Minute Enzo Mio mit dem Treffer. Mio für mich einer der Spieler der ersten Halbzeit, während sich immer noch, ja, die Ersatzspieler sozusagen warm machen hier in der Halbzeit. Der Rasensprengler richtig Gas gibt in der Hälfte des VfB und beide noch nicht zurück sind. Beide Teams auf dem Platz. Das 2 zu 0, dann 10 Minuten später, dann war Silas zur Stelle. Und in der 43. dann Girassi mit dem dritten Treffer für den VfB Stuttgart, für den Bundesligisten, bei dem Trainer Sebastian Hoeneß durchaus gewarnt hat vor dieser Partie und hat gesagt, wenn wir nur ein Prozent denken, wir könnten es mit einem Prozent weniger angehen, dann wird es eklig. Dann wird es richtig eklig. Bisher ist das noch kein ekliger Nachmittag für den VfB Stuttgart in Reutlingen. Hier wird ja das Spiel ausgetragen. Und wie gesagt, wenn ihr gerade dazu gekommen seid, dann ist genau das der Grund, weil eben in Balingen das Stadion zu klein ist für ein Erstrundenmatch im Pokal. Noch rollt der Ball nicht in Reutlingen bei Balingen gegen den Bundesligisten gegen den VfB Stuttgart. 3 zu 0 ist der Halbzeitstand gewesen nach Treffern von Millau, Silas und Girassi. Aber weil es hier in der ersten Halbzeit später losging, gibt es auch natürlich in den zweiten 45 Minuten und dann geht es ein bisschen später los, denn die Halbzeit ist die Halbzeit. Und es ist so ein bisschen wie die Regeln sind die Regeln. Da halten wir uns dran und da hält sich natürlich auch der DFB dran. Und noch sind die beiden Teams nicht zurück auf dem Platz. Aber wir haben gerade nochmal drauf geschaut auf die Highlights dieser ersten 45 Minuten. Und ja, Enzo Millau, wie gesagt, einer der Spieler dieses Spiels. Einer, von dem ich befürchte vor allem der Schlussmann der Balinger, Marcel Binanza, vielleicht heute Nacht keine besonders guten Träume haben wird. Denn Millau bei seinem Treffer ja unten links ins kurze Eck. Klar, das ist für einen Torwart immer richtig, richtig unangenehm. Aber Millau hat auch die anderen beiden Treffer vorbereitet. Also der macht einen richtig guten Job für den VfB Stuttgart in dieser ersten Runde des DFB-Pokals. Hier wird noch nicht gespielt. Hier rollt der Ball noch nicht. So langsam dürften die Teams jetzt zurück auf den Platz kommen. Und dann geht's hier gleich los. Jetzt ist es tatsächlich so. Jetzt bewölkt es sich ein bisschen in Reutling. Es zieht ein bisschen zu. Sind ja durchaus Gewitter gemeldet noch für den Nachmittag. Aber erst einmal sind die Teams jetzt zurück auf dem Platz. Und es gibt einen Wechsel bei den Balingern. Jonas Vogler geht raus aus der Partie. Und Lukas Völsch kommt dafür rein. Völsch ja auch einer, der zumindest gesagt hat, das ist schon auch was Besonderes hier heute gegen diese Stuttgarter zu spielen. Und wir sehen die Balinger jetzt bisweilen mit hochrotem Kopf. Und dann geht's rein in die zweiten 45 Minuten TSG Balingen gegen den VfB Stuttgart beim Stand von 0 zu 3. Also es führt der Bundesligist. Stand jetzt relativ deutlich beim Regionalligisten. Aber Völsch, der will gleich den Kollegen schicken, gibt ihn raus auf die linke Seite. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Dann ist es Jan Ferdinand an der linken Strafraumgrenze für die Balinger. Gibt ihn nochmal zurück auf Völsch, auf den Mann, der gerade nur reingekommen ist. Und dann versuchen sie das mit der Seitenverlagerung. Aber das klappt so mäßig. Und deshalb der VfB Stuttgart wieder im Ballbesitz. Jetzt der lange weite Ball. Aber die Defensive hat aufgepasst. Die Defensive des Regionalligisten ist da. Vogler ist das. Und jetzt der nächste Ballverlust. Mensch, das ist bitter für die Balinger. Und da ist Mio. Mio schon im Strafraum. Und dann können sie ihn gerade so rausspitzeln. Und Mio, der dachte glaube ich, führen Sie Kündchen. Ich stand vielleicht im Abseits und war da ein kleines bisschen zurückhaltend. Der Balinger aber ohnehin vor ihm am Ball. Deshalb gar kein Problem für den Mann vom VfB Stuttgart. Also das wäre sie vielleicht gewesen. Die nächste Möglichkeit für den Bundesligisten. Der hier alles tut, um die Überraschung zu verhindern. Der schon wieder kommt über Silas über die rechte Seite. Die Balinger jetzt aber in Ballbesitz und kombinieren sich hier mal raus. Das ist schön. Das haben wir wenig gesehen in den ersten 45 Minuten. Ballkontrolle über das zentrale Mittelfeld. Jonas Meiser ist das. Er legt den Ball nach draußen. Und überhaupt so viele Ballkontakte. Kann ich mich wenig daran erinnern in den ersten 45 Minuten. Wir haben so viele Ballkontakte der Balinger gesehen. Die spielen nochmal nach hinten. Spielen über ihren Kapitän, über Schmitz. Der legt den Ball auf die rechte Seite raus. Und dann ist schon wieder Ballverlust. Sie können ihn nochmal ein bisschen zurückwerfen. Und spielen ihn jetzt über den Mann, der bei ihnen zwischen den Pfosten steht. Über den Keeper. Der mit dem langen, weiten Ball nach vorne. Aber Alexander Nübel, der Schlussmann des VfB, der hat aufgepasst. Der ist zur Stelle und gibt den Ball wieder in die Partie. Beim Stand von 0 zu 3. Der VfB Stuttgart führt hier gegen Balingen, gegen den Regionalligisten in Reutlingen weiter mit 3 zu 0. Die Balinger jetzt in den zweiten 45 Minuten, zumindest zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Etwas mutiger. Sie kombinieren ein kleines bisschen mehr. Und ja, sind gerade etwas mutiger, was den Ballbesitz angeht. Leisten sich aber weiterhin viele Fehlpässe. So wie gerade jetzt im zentralen Mittelfeld. Und jetzt macht der VfB ganz schnell, ganz ganz schnell über Girassi. Der sieht Führig auf der linken Seite. Führig ist schon im Strafraum. Sieht Carassor. Carassor legt nochmal mit der Hacke zurück, weil da zwei Balinger sind. Dann Endo. Endo in der Mitte. Girassi, der fällt und zeigt sofort an. Der geht auf die Knie und beschwert sich. Und sagt, da bin ich gehalten worden. Aber ehrlicherweise ist mir das ein bisschen zu wenig. Girassi ein Riesentyp. Und eben auch ein ziemlich großer Typ. Und der fällt nicht so leicht. Deshalb würde ich sagen, kein Elfmeter. Der VfB kommt jetzt über die linke Seite. Der Ball in der Strafraum. Im Strafraum. Dann einmal parallel zum Tor. Und dann ist es Silas. Der greift ihn wieder auf an der Grundlinie. Gibt ihn in die Mitte zu Stenzel. Stenzel zu Mio. Der wird gefoult. Aber noch außerhalb des Strafraums. Lukas Völsch ist das. Der gerade ja erst frisch in die Partie gekommen ist. Bei den Balingern. Also unaufmerksam. Kann der auf jeden Fall noch nicht sein. Aber der haut hier dem Mio von hinten in die Hacken. Und der will da gar nichts schinden. Und wir schauen nochmal auf die Situation. Eben wo Girassi sich beschwert. Ja. Also es ist tatsächlich so. Leander Vocherzer. Der war da mit beiden Händen dran. Girassi fällt. Aber der fällt wahnsinnig leicht. Der hebt mit beiden Füßen ab. Ist mir persönlich zu wenig. Dem Schiedsrichter war es das auch. Und jetzt schauen wir auf die aktuelle Situation. Wir gehen zurück auf den Platz. Und wir gehen zum Freistoß für den VfB Stuttgart. Stenzel und Mio stehen da bereit. Halb rechte Position. Wer will nochmal. Wer noch nicht. Ja. Ist fast sogar. Ja fast zentral. Bisschen versetzt auf die rechte Seite. Und jetzt gibt es den Freistoß für den VfB. Stenzel lupft den übers Tor. Gerade die nächste gute Möglichkeit für den VfB Stuttgart gegen Balingern. Beim Stand von 3 zu 0 gab es den Freistoß für den Bundesliga. Gisten. Pascal Stenzel. Der durfte es mal machen. Lupft den Ball über die Mauer drüber. Lupft ihn allerdings auch über das Tor drüber. Deshalb kein Tor für den VfB Stuttgart. Gegen ein bisschen mutigere Balinger in dieser zweiten Halbzeit. Die zumindest mehr Ballbesitz haben. Es kann natürlich auch am VfB Stuttgart liegen. Jetzt aber nutzt der VfB den nächsten Fehler. Über Mio. Mio will den Querling auf Führig. Behauptet sich hier nach dem Ballverlust. Tunnelt dann wieder einen Balinger. Also ich befürchte fast, dass es da einige Kästen geben wird. Jetzt wird der Ball von Ito da draußen gespielt, weil ein Balinger verletzt am Boden kniet. Der hält sich hier das linke Sprunggelenk. Kana Akaya ist das ja auch einer, der schon lange bei den Balingern ist. Hat hier im Zweikampf mit Endo, wenn ich es richtig sehe. Genauso ist es. Ja, ein Schlag abgekriegt auf den linken Knöchel. Kann aber weitergehen für den Mann, der ebenfalls beim VfB Stuttgart eine Vergangenheit hat. Der hat nämlich in der Jugend gespielt bei den Stuttgartern. Jetzt aber sieht er, wie die Stuttgarter schon wieder auf dem Weg zum Balinger Tor sind. Aber der Ball ging ein bisschen weit raus, nach rechts. Deshalb erst einmal rausgeflankt hier von den Balingern. Die kommen jetzt über die linke Seite. Aber der VfB, der doppelt jetzt hier sogar gegen den Regionalligisten. Carasso und Stenzel sind das. Im Doppel gegen den Mann, der der beste Torschütze ist bei den Balingern, gegen Jan Ferdinand. Der kann sich nicht behaupten, dass er bei Besitz VfB Stuttgart geht raus auf die linke Seite. Jetzt kommen sie mit großen Schritten in der Zentrale. Girassi auf Silas. Silas sieht in der Mitte Endo. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Es ist kein Stuttgarter. Das sind die Balinger. Die sind früher am Ball. Die waren jetzt hier mal den Moment schneller. Diese Schnelligkeit im Kopf, die fehlte ihnen in den ersten 45 Minuten ein bisschen. Jetzt aber sind sie da. Jonas Meiser hier gegen zwei, wartet ein bisschen, dass die Kollegen mitkommen. Lupft den Ball jetzt nach vorne. Und dann, ja, dann gut gedacht, schlecht gemacht. Da war Moritz Kuhn auf dem Weg. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hat er den Ball an die Hand bekommen. Bitter hier in der 52. Minute. Ja, überhaupt keine Absicht. Aber er kontrolliert ihn mit dem linken Arm. Und dann, na klar, ist es ein Handspiel. Situation abgefiffen. Ball ruckzuck zurück. Und deshalb ist der VfB schon wieder im Strafraum. Mio mit einem Hackentrick. Der landet aber erstmal bei den Balingern. Dann bei, wie soll es anders sein, Chris Führig. Führig an der Grundlinie legt ihn mal in die Mitte. Und dachte sich, ich ziehe direkt ab. Wenn ihr das kurze Eck nicht zumacht, versuche ich es. Aber diesmal war Marcel Binanza da. Jetzt spielen sie noch einmal zurück über Waldemar Anton. Und der Ball geht jetzt erst einmal raus. Aber die Stuttgarter, die krallen sich jetzt hier richtig fest. Rund um den Strafraum haben die Balinger tief, tief in die eigene Hälfte gedrängt. Das ist jetzt nach der ein bisschen mutigeren Phase zu Beginn der zweiten 45 Minuten. Jetzt eine komplette Druckphase des VfB Stuttgart. Jetzt können sich die Balinger im ersten Anlauf mal befreien. Aber Enzo Miode ist schon wieder da. Der erhöht den Druck. Kommt aber hier ausnahmsweise mal nicht zum Zug. Moritz Kuhn über die rechte Seite. Der sieht, dass da bei den Balingern Jonas Meiser mitgelaufen ist. Jetzt versuchen sie es. Diese Hinterlauftaktik, das ist eine gute. Wenn der VfB Stuttgart nicht immer den Schritt schneller, den Moment wacher wäre. Der Bundesliga ist in dieser Situation extrem abgeklärt. Gleich 54 Minuten gespielt in dieser Partie. Und es gab übrigens eben die Kritik von den Fans des VfB Stuttgart. Das kann ich euch erzählen, weil der VfB ausnahmsweise mal nicht in Strafraum nähe ist. Am neuen Trikotsponsor des VfB. Das ist ja, sagen wir mal, dem Glücksspiel nahestehender Sponsor. Und jetzt gibt es hier kurz den Pfiff nach einem Foul. Partie ganz kurz unterbrochen vom Schiedsrichter nach dem Foul an Führig. Erst unten der Kontakt und dann oben nochmal schön den Trikot-Test gemacht von den Balingern. Und ja, da wissen sie sofort, wenn ich da mit beiden Händen den Kollegen am Kragen packe, dann ist das irgendein anderer Sportart. Aber Fußball ist es definitiv nicht. Also hier führt es der VfB 3-0. Und jetzt gibt es den Freistoß Führig von der linken Seite. Der kommt in die Zentrale, abgewehrt mit dem Kopf. Der geht weit nach draußen. Und weil genau so weit hinten keiner ist vom VfB Stuttgart, ist Nübel da. Der gibt ihn wieder raus auf Ito. Ito auf die linke Seite, auf Chris Führig. Der mit großen Schritten und viel Ballkontrolle auf Karasor. Karasor legt ihn in die Mitte. Da ist Gerasi. Einmal, zweimal bleibt hängen. Legt ihn nochmal raus auf rechts. Silas lauert da und aus dem Hintergrund kommt Endo, 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 Endo! Tor! 4-0 der Kapitän. Der kommt von ganz hinten. Und dann tänzelt der sich durch wie ein Samurai. Mit dem scharfen Schnitt in Richtung Tor. Der Treffer für den VfB. Das 4-0 für den VfB Stuttgart ist fast so schön wie hier mancher anderer Treffer. Es ist der Kapitän. Es ist Wataru Endo, der sich durch den Strafraum tanzt, den sie glaube ich, weil sie sich so sehr auf Gerasi fokussiert haben, nicht so richtig im Blick haben. Und Wataru Endo, der tanzt sich wirklich durch den Strafraum und vollendet das Ding mit einem Tunnel des Keepers. Mit einem Tunnel von Marcel Binanza. Und dann springt er hoch. Bald beide Fäuste. Der Mann, der für den VfB Stuttgart so unfassbar wichtig ist. Wataru Endo, der Kapitän. Der in der vergangenen Woche übrigens bei der Pressekonferenz vor dieser Partie noch für einen Lacher sorgte. Denn ja, also eigentlich nicht er, sondern Trainer Sebastian Hoeneß, der sagt, ja jetzt kann ich es ja verraten, wer endlich Kapitän ist. Ja, Endo ist und bleibt Kapitän. Und ja, vorbereitet von Gerasi das Ding übrigens. Also 4-0 führt der VfB Stuttgart hier. Und das hat er fantastisch gemacht. Übrigens vier unterschiedliche Torschützen in dieser Partie bisher. Und jetzt sind sie da. Die Fans des VfB Stuttgart. Könnt ihr hören im Hintergrund. Wir haben die ohnehin schon die ganze Zeit gehört. Die sind enorm stark vertreten. Na klar, 5000 sind hier mit dabei. Und die sehen, dass ihr Team schon wiederkommt. Und Gerasi legt nochmal in die Zentrale. Jetzt ist es Ito. Und der prüft Binanza. Der kann ihn zur Seite lenken. Nachschuss. Erst einmal abgelenkt. Aber dann ist es Führig. Der legt ihn sich nochmal quer. Nochmal Führig. Führig! Übers Tor! Und der hätte sich belohnen können, Chris Führig. Da muss er selber ein bisschen lachen. Klatscht in die Hände. Und zeigt den Kollegen nochmal Daumen hoch. Tolles Zuspiel. Toller Doppelpass in dieser Situation. Chris Führig wird hier bedient von Enzo Mio. Und bleibt dann der Verlierer. Das klingt ein bisschen hart im Duell mit Marcel Binanza. Mit dem Schlussmann ganz im blauen Dress. Der Balinger. Aber richtig, richtig gut gelöst. Vom Mann, der hier für so viel Alarm gesorgt hat. Über die linke Seite. Gerade auch in den ersten 45 Minuten. Chris Führig. Ja, vielleicht auch ein bisschen einer der unterschätzten Profis beim VfB Stuttgart. Und der VfB jetzt beim Stand von 4 zu 0. Ja, tatsächlich richtig. 4 zu 0 in dieser Pokalpartie. Kommt schon wieder über die linke Seite. Jetzt haben sie viel Platz. Jetzt übrigens auch die Defensivketten der Balinger. Bisweilen etwas löchriger. Mehr aufgebrochen. Jetzt ist es Girassi. Der wollte schon wieder Enzo bedienen. Aber da rechts ist ja noch Silas. Silas gegen 1 gegen 2. Dreht sich nochmal um die eigene Achse. Merkt jetzt, da komme ich vielleicht eventuell nicht durch. Legt nochmal quer auf Mio. Mio auf Stenzel. Und jetzt lassen sie den Ball nochmal ein bisschen raus aus dem Strafraum. Da ist es Girassi. Der legt rüber auf Führig. Führig. Treibt ihn Richtung Strafraumgrenze. Zieht einfach mal ab. Abgeblockt. Zweiter Ball. Dann auf Stenzel. Stenzel gibt ihn rüber zu Silas. Und der hat ja gar keinen Stress. Das ist ja heute eher so ein gemütlicher Typ. Silas passt sich hier an, an die sommerlichen Temperaturen. Legt ihn jetzt nochmal zurück. Also ganz viel Tempo sehen wir hier schon wieder von Chris Führig. Führig legt ihn rüber auf Ito. Ito mit dem Flachpassspiel. Aber der landet dann bei einem Balinger. Ito sitzt hier noch kurz am Boden. Schiri Kamka checkt. Hat er sich da wehgetan? Nee, alles in Ordnung. Können weitergehen für den Japaner. Die Stuttgarter legen raus über die linke Seite. Mio. Der fällt im Strafraum. Der beschwert sich auch. Aus meiner Sicht allerdings kein strafwürdiges Foul. Und deshalb Ball weit und lang rausgetrieben. Und jetzt dachten die Balinger, da ist sie vielleicht. Die Möglichkeit. Wir kommen mal. Und dann waren die Stuttgarter schon wieder. Den einen Schritt schneller. Den einen Moment wacher. Und Robert Kamka, der geht nochmal in die Kommunikation mit Mio. Während wir diese Szene hier eben noch einmal sehen. Also auch in der ersten Review. Im ersten Wiederholungsbild sozusagen. Ist der Ball da nicht nur weit weg. Sondern es ist auch kein Foul. Und deshalb alles gut und alles richtig entschieden. In dieser Situation vom Schiedsrichter. Das Spiel jetzt mit ein bisschen weniger Flow. Das ist auch verständlich. Gleich eine Stunde gespielt. TSG Balingen Fußball. So heißt es korrekt. Gegen den VfB Stuttgarter. Aktuell steht es 4 zu 0 für den Bundesligisten. Letzter Treffer. Gerade eben. 55. Minute. Watzaru Endo. Der Kapitän. Der das richtig, richtig gut gemacht hat. Der kommt jetzt schon wieder. Nächstes Zuspiel auf. Chris Führig. Auf den Alles-Spieler hier heute beim VfB Stuttgart. Der könnte es direkt versuchen. An der Strafformgrenze legt ihn sich auf den rechten Fuß. Das sieht dann aber Enzo Mioh. Der mal wieder mitgegangen ist. Legen sie ihn rüber auf die linke Seite. Da musste Xiri aufgepassen. Kamka steht da kurz im Weg. Und er springt da gerade noch hoch. Damit er hier niemanden irritiert. Und auch den Ball nicht ablenkt. Und dann landet der Ball beim Keeper. Der Balinger. Und der schlägt ihn weit nach vorne. Marcel Binanza. Genannt Gigi. Der Mann, der den Spitznamen in Richtung Buffon hat. Aber heute noch nicht ganz so italienisch gehalten hat. 0 zu 4. Hier ist der Spielstand. Hier der VfB Stuttgart kommt schon wieder über den Mann auf der rechten Seite. Über Silas. Der sieht in der Mitte. Mio Mio zieht einfach mal ab. Und dann hat er ihn im Nachfassen. Marcel Binanza. Wir haben gerade über ihn gesprochen. Hat ihn hier. Muss sich fallen lassen auf den Ball. Und hat ihn dann im Nachfassen. Aber es liegt auch daran, dass er ihn verhältnismäßig spät sieht. Adrian Müller. Der hatte den hier eben noch. Ja, der hat ihm noch den Blick verwehrt. Und deshalb kein weiteres Tor für den VfB Stuttgart. Mio, der muss jetzt mal ganz kurz durchatmen. Hält sich hier kurz das linke Schienbein. Aber erst einmal sieht das gut aus. Jetzt gibt es trotzdem den Wechsel beim VfB. Und jetzt kommt Jong neu in die Partie. Und jetzt geht tatsächlich Enzo Mio vom Platz. Genau so ist es. Auch ein Wechsel bei der TSG Balingen. Seger ist das. Der wartet. Der will rein. Und dann wartet ein Neuzugang. Pascal Stenzel geht raus bei den Stuttgärtern. Und Jamie Lebeling. Ja, einer, der neu ist im Spiel. Der soll zumindest reinkommen. Jetzt gibt es hier noch die kurze Diskussion. Ja, wer soll denn rausgehen? Also eben war Pascal Stenzel da. Aber Pascal Stenzel scheint nur zur Motivation vorbeigekommen sein. Auf jeden Fall ist es dann Axel Zagadou. Und es herrscht hier ein ganz bisschen Verwirrung. Wer geht jetzt rein? Wer kommt jetzt raus? Also auf jeden Fall ist es der Seger, der bei den Balingern in die Partie kommt. Und Jong, der Neuzugang aus Freiburg. Der wartet jetzt gerade noch auf den Mann, der für ihn rausgeht. Und der Trainer des VfB Stuttgart, Sebastian Müllis, der verfolgt das jetzt hier mit einer stoischen Gelassenheit. Und der sieht jetzt auch, dass Enzo Mio sich dann jetzt doch auch mal auf den Weg macht. Also der hat hier auf jeden Fall keine Eile. Und es ist genau das, was wir eben gesagt haben. Der läuft nicht ganz rund. Der hat sich hier heute auch echt verdient gemacht um den VfB Stuttgart, wenn man das so sagen will. Enzo Mio mit seinem Treffer da ins kurze Eck zum 1 zu 0 für die Stuttgarter. Und jetzt gab es, wie gesagt, den Wechsel. Und der VfB Stuttgart, der könnte auf seiner langen verletzten Liste nicht zwingend noch einen verletzten gebrauchen. Denn da sind ja einige, die heute fehlen, die dem VfB Stuttgart fehlen. Und deshalb, ja, hoffen wir einfach, dass es Enzo Mio soweit ganz gut geht. Ein bisschen weniger Flow ist in dieser Partie. Gute Stunde gespielt. TSG Balingen gegen den VfB Stuttgart. Und die Stuttgarter führen weiterhin mit 4 zu 0. Jetzt ist gerade Enzo Mio ein bisschen angeschlagen bei den Stuttgartern vom Platz gegangen. Für ihn neu in der Partie sind ja zwei Neuzugänge. Nicht für einen, sondern, ja, Jong und Jamie Leveling sind neu in der Partie. Pascal Stenzel und Enzo Mio dürften raus sein. Und wir schauen auf den VfB, der schon wiederkommt. Gerasi und dann der Abschluss aus der Distanz. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal korrigieren, weil es nicht Stenzel, sondern der dann Axel Zagadou waren, der hier rausgegangen ist. Aber Stenzel hat da glaube ich, ja, der war kurz da. Der hat kurz Input gegeben und wollte, glaube ich, die zwei Neuen auf dem Platz ein bisschen motivieren. Das klappt im Bestfall ganz gut. Der Bundesligist lässt hier überhaupt nichts anbrennen. Er ist hier zumindest aktuell nicht in der Gefahr zu stolpern in der ersten Runde des DFB-Pokals. Und das sorgt jetzt spätestens bei den VfB-Fans für richtig, richtig gute Stimmung. Die haben jetzt hier in Sachen Wechselgesänge schon einiges abgefeuert. Und jetzt gibt es eine Ecke für den VfB Stuttgart gerade rausgeholt, von dem man, der von Union Berlin kam, von Jamie Leveling, der sich ein bisschen mehr Einsatzzeit erhofft mit seinem Spiel beim VfB Stuttgart im Vergleich zum Champions-Leagisten, der ja morgen in Waldorf am Start ist im DFB-Pokal. Ecke, Pascal Stenzel hebt beide Arme, Balkon kommen, tut er auch, kommt in die Mitte, wird verlängert. Da kriegen sie ihn nicht unter Kontrolle. Die Balinger verlängern ihn aber erstmal weit nach draußen, denn lang und weit bringt Sicherheit. Das ist auch manchmal beim Eckenklären das Motto. Stenzel jetzt über die rechte Seite, sieht da Waldemar Anton. Und jetzt versuchen sie es schnell zu machen. Über Karasor, Silas war da gestartet, aber der kommt nicht mehr dran. Und jetzt ist es wieder Karasor in der Zentrale. Der legt nochmal zurück auf Ito. Der hatte sich ja hier eben ein bisschen weh gezahnt, aber kann weitergehen für ihn. Also alles gut, auch mit Blick auf die angeschlagenen Spieler des VfB. Jetzt sind sie schon wieder im Strafraum. Das ist Leveling, der versucht es schnell zu machen, lupft ihn an den zweiten Pfosten. Da ist Endo, aber der kriegt ihn nicht unter Kontrolle. Vor allem kriegt er ihn dann doch unter Kontrolle, aber der Ball schon über der Grundlinie. Deshalb der Pfiff und deshalb der Abschlag für den Keeper. Der gibt ihn, das haben wir in der ersten, in der guten ersten Stunde, 66 Minuten gespielt. Ja, schon ein paar Mal gesehen an seinen Kapitän weiter, an Matthias Schmitz, der ihn rüberlegt. Und jetzt versuchen sie das Tempo mal zu erhöhen. Aber den Balingen fehlt im Vergleich zum VfB Stuttgart einiges an technischer und taktischer Versiertheit. Die kriegen das nicht richtig unter Kontrolle. Und in dem Moment, wo ich das sage, macht das der Kapitän, macht das Matthias Schmitz. Super schön, legt den Ball lang und weit nach draußen. Aber auch das gut gelöst, toll den Ball oben gehalten, aber eben nicht nachhaltig unter Kontrolle. Und deshalb kommt der VfB Stuttgart wieder über Leveling, über die rechte Seite. Der hat nochmal zurückgelegt. Doppelpass jetzt hier mit Stenzel, rutscht hier aus. Aber da ist Endo, der hilft. Na klar, der ist da. Endo auf Jong. Jong in der Mitte sucht jetzt hier so ein bisschen seinen Platz in dieser Partie. Und findet ihn gerade nicht so richtig. Aber die Balinger finden mal das Spielgerät, können es aber nicht unter Kontrolle bringen. Das ist jetzt ein bisschen Ping-Pong hier rund um den Mittelkreis. Auch bei Jonas Meiser, der Balinger, hier den Fuß ein bisschen arg hoch hat. Aber genau, weil Jong noch dran war und den Fuß drüber gehalten hat, gibt es den Freistoß für die Balinger. Schnell ausgeführt. Es gibt den Einwurf von der rechten Seite, weil der auch wieder nicht besonders kontrolliert war. Und Stenzel, der sucht jetzt hier die Anspielstation. Der schaut, wer ist denn da. Leveling ist mitgelaufen. Und sie spielen den Ball nochmal über ganz hinten. Der geht nochmal zurück. Und dann ist es Karasor auf der linken Seite. Und jetzt ist Jong da. Jong im Strafraum. Abgeblockt. Der Ball im Seitenhaus. Der VfB führt weiterhin mit 4 zu 0 gegen die Balinger. Jong hier eben mal allein. Bis auf diesen einen Balinger Gegenspieler auf dem Weg in den Strafraum. Haben sie jetzt aber gut unter Kontrolle gekriegt. Es gab den Einwurf für den VfB Stuttgart. Wieder Ball gewinnen. Balingen. Und die versuchen es jetzt mal schnell zu machen. Aber schon wieder der Ballverlust. Das ist genau das Ding. Die wollen auf Konter setzen. Die wollen den VfB für kleine Fehler bestrafen. Bisher bestrafen sie sich aber vor allem selbst. Abschluss aus der Distanz. Girassi war das. Und der geht knapp am Kasten vorbei. Und Marcel Binanza der Keeper der Balinger. Der wirkt hier inzwischen ehrlich gesagt ein bisschen bedient. 0 zu 4 steht es hier aus seiner Sicht. Und dass die den Girassi da schon wieder so freilassen. Da fragt man sich auch ein bisschen inwieweit das überhaupt nötig ist. Jetzt gibt es den nächsten Wechsel bei den Balingern. Moraisch steht da bereit. Und Walter Wegelin. Und wir schauen drauf wer bei den Balingern vorm Feld geht. Das ist Jan Ferdinand. Das ist der beste Torschütze der vergangenen Saison. Und ebenfalls vor Platz geht einer der ganz erfahrenen geht Moritz Kuhn. Also zwei Wechsel und nochmal ein bisschen frische Energie beim Regionalligisten für diese fast schon anstehende Schlussphase. 70 Minuten gespielt in dieser Partie. Und wenn ihr euch fragt, wir müssten eigentlich doch schon ein bisschen weiter sein. Genau so ist es der erste Durchgang dieses Spiels. Also insgesamt das Spiel ging ein bisschen später los. Das ist ein kleines Problem mit dem Tornetz gelöst mit Kabelbändern. Ganz schwäbische Handwerkermanier. Hat auf jeden Fall super funktioniert. Und deshalb ging es drei, vier Minuten später los hier in dieser Partie. Und deshalb sind wir ein ganz kleines bisschen im Zeitverzug. TSG Balingen Fußball, so heißt das korrekt, gegen den VfB Stuttgart. Aktuell beim Stand von 4 zu 0. Der VfB kommt über Gerasi. Gerasi legt nochmal zurück auf Führig. Jetzt versuchen die Balinger das hier auch schick zu machen. Aber vertändeln den Ball. Im Strafraum ist es Jong. Der legt nochmal rüber auf Ito. Und jetzt schlagen sie den Ball raus. In der Nähe der Eckfahne die Balinger. Aber sie kriegen den Ball einfach nicht unter Kontrolle. Ein Spiel, was sich auch für die Balinger echt frustrierend anfühlen muss. Jetzt ist es wieder Führig, Führig auf dem Weg zum Tor, aber abgeblockt. Und Binanza, der war da schon auf dem Weg ins untere, ins kurze Eck. Aber da haben sie aufgepasst. Jetzt mal der lange Schlag in Richtung VfB-Tor. Aber Alexander Nübel, der hat aufgepasst. Und der hatte heute bisher tatsächlich eher einen beschäftigungslosen Nachmittag hier in dieser Partie. Also das ist ganz, ganz gemütlich bisher verlaufen. Jetzt gab es das Foulspiel hier des Balinger Kapitäns von Schmitz. Der ein bisschen überrascht guckt, dass das wirklich als Foul gilt. Ja, genau so ist es. Das ist kein besonders faires Spiel gewesen. Deshalb der Freistoß für den VfB Stuttgart. Aber der muss nochmal ausgeführt werden. Ball Rute nicht. Und Kampka, der eh nochmal kurz ins Gespräch geht. Der übrigens das erste Mal eine Pokalpartie des VfB Stuttgart. Und Überraschung auch der Balinger. Nein, natürlich nicht Überraschung pfeift. Denn es ist ja der erste Pokalauftritt der Balinger überhaupt. Die kommen jetzt über die linke Seite. Flanke in die Mitte. Aber abgeblockt von der Defensive der Balinger. Der Regionalligist TSG Balingen wehrt sich hier mit allem was geht gegen die Niederlage. Gegen die drohende Niederlage. 0 zu 4 führt der Bundesligist, führt der VfB Stuttgart. Hier gut 72 Minuten gespielt in dieser Partie. Und die Balinger, die wollen nochmal. Die haben Bock. Das sehen wir durchaus. Aber es fehlt ihnen die Präzision. Es fehlt ihnen die taktische Klarheit in ihren Aktionen. Und deshalb gab es eben schon wieder die nächste gute Möglichkeit für den VfB Stuttgart. Jetzt die Balinger. Mal mit dem langen, weiten Ball nach draußen. Aber da hat Alexander Mübel aufgepasst. Der ist rausgekommen aus seinem Kasten. Der Torhüter des VfB Stuttgart. Die neue Nummer 1 der Stuttgarter. Auch wenn er die 33 trägt. Also der Mann, der zumindest für den Pokal und für den Dukin in der Bundesliga vom Trainer von Sebastian Hoeneß die Startelf-Garantie bekommen hat. Der sagt, der hat eine unglaubliche Ruhe. Der strahlt eine unglaubliche Klarheit aus. Und all das kann ich euch erzählen, weil der Ball jetzt hier gerade im Mittelfeld so ein bisschen rumtrudelt. Also die Partie verliert ein bisschen an Tempo. Der VfB mit Spielaufbau über die rechte Seite mit einem der Neuzugänge, der eben reingekommen ist. Jamie Leveling, der fordert immer wieder den Ball. Ist ja von Union Berlin gekommen. Will mehr spielen als bei dem Team, das jetzt in der Champions League spielt. Will beim VfB ein bisschen Spielpraxis auch kriegen. Und holt die sich auch hier in der ersten Runde des DFB-Pokals. Auch die Balinger haben eben gewechselt. Spielen jetzt wieder über die linke Seite. Jonas Meiser, einer der schon von Beginn an dabei ist. Aber eben das Zuspiel von Pedro Moresch, der ja ebenfalls Stuttgarter Vergangenheit hat. Der Portugiese. Und der hat den Ball aber nicht präzise genug gespielt. Der Ball jetzt wieder beim VfB Stuttgart. Und der kommt über Karasor. Karasor mit dem versuchten Schnittstellenpass auf Gerasi. Und der ärgert sich, weil die Balinger hier aufgepasst haben, weil Jonas Vogler vor ihm am Ball war. Der ahnte schon, dass diese Schnittstellenpässe, die der VfB jetzt ja hier auch nicht das erste Mal spielt in der Schlussphase dieser Partie, dass das eine Idee sein könnte. Der Ball trudelt ins rechte Seite aus und es gibt den Einwurf von der Seite. Und beim VfB, da machen sich noch zwei ganz Junge bereit, hier eingewechselt zu werden. Aber auf die schauen wir gleich. Jetzt schauen wir erstmal auf den Einwurf. Schnell ausgeführt. Leveling wird hier zugestellt auf der rechten Außenbahn. Muss zurückspielen über Pascal Stenzel. Und auch Stenzel weiß, ja, jetzt haben wir hier Platz. Jetzt haben wir Raum. Zagadou ist das. Er treibt den Ball raus über die rechte Seite. Aber jetzt waren sie den Schritt schneller. Die Balinger Adrian Müller legt ihn da zurück auf den Keep. Aber sie wirken bisweilen ein bisschen überrascht, wenn sie den Ball haben. Fast schon. Ja, irritiert davon und dann gibt es den nächsten Fehlpass. Und sie glückt, dass die Stuttgarter den hier prallen lassen. Und jetzt gibt es das Foul auf der linken Außenbahn. Das war einer der Neuen, der in die Partie gekommen ist. Walter Wegelin. Einer von drei eingewechselten Spielern bei den Balingern. Und jetzt steht der nächste Wechsel beim VfB Stuttgart an, beim Stand von 0. Zu viel. Und jetzt darf sich Girassi hier den Szenenapplaus abholen in dieser Situation. Der wird raus ausgewechselt. Der darf runter vom Platz und kriegt hier Szenenapplaus. Und für ihn neu in der Partie ist Jovan Milosevic, ganz junger Mann beim VfB Stuttgart. Und auch Pascal Stenzel, der hat jetzt Feierabend bei den Stuttgartern. Und für ihn reingekommen ist der Mann mit der Nummer 25. Zumindest sagt das die Statistik. Das ist Lilian Niklas Egelhoff. Ganz spannend. Der ist allerdings der Mann mit der 25 auf dem Spielberichtsbogen als Ersatz-Torwart aufgeführt. Das klären wir auf jeden Fall noch. Das bleibt, wenn es so ist, ein spannender Schachzug. Aber auch das finden wir gleich noch raus. Und jetzt gucken wir erstmal auf den nächsten Wechsel bei Balingen. Da geht Jonas Meiser vom Platz. Und für ihn in die Partie kommt auf jeden Fall Jemke Abortli-Grant. Der darf nochmal rein in die Partie. Und jetzt so langsam wird es ungemütlich in Reutlingen. Also es gibt eine Unwetterwarnung für den Bereich. Und es ist nur eine Tribüne dieser vier Tribünen hier in Reutlingen überdacht. Und deshalb sind diese schwarzen Wolken nicht ganz ungefährlich. Apropos schwarze Wolken, die gibt es auch im Strafraum der Balinger. Da ist es schon wieder Chris Führig, der muss aber den Angriffsversuch erst einmal abbrechen. Zweiter Ball geht auf die Außenbahn. Da ist Lebeling zur Stelle. Und der kommt nicht mehr dran, weil der Ball ein bisschen zu optimistisch gespielt ist. Ito kommt da ebenfalls nicht mehr dran. Und jetzt gibt es von den beiden Bänken, das sehen wir durchaus auch ein bisschen, die Blicke gen Himmel. Und hier gibt es jetzt auch zumindest die Vorkehrungen, dass sich alle schon mal in Sachen Regen und Gewitter ein bisschen besser wappnen. Hier werden die ersten Regen-Capes übergezogen während der VfB Stuttgart auf dem Weg zum Tor der Balinger ist. Aber Ito sich hier mit einem Stürmerfoul behelfen muss. Und weil es ungemütlich wird, sind das die ersten Fans des VfB Stuttgart, die tatsächlich schon den Platz verlassen und auch ihre Plätze und das Stadion in Reutlingen. Also es wird zunehmend ungemütlich in Reutlingen bei Balingen gegen den VfB Stuttgart. Und das liegt nicht am Stand von 4 zu 0 für den Bundesligisten, sondern an einer Unwetterwarnung, an einsetzendem Regen. Und da an der Tatsache, dass nur eine von vier Tribünen überdacht ist. Und ja, wenn es denn hier richtig ungemütlich wird, ist das zumindest nicht ganz ungefährlich. Die Balinger Spieler davon aber unbeeindruckt. Die wollen nochmal spielen, den Schnittstellenpass jetzt nach vorne. Aber da haben die Stuttgarter aufgepasst, waren hier extrem aufmerksam wie überhaupt die ganze Partie über die linke Seite. Und jetzt ist es Jong, der Neuzugang vom SC Freiburg, der selber gesagt hat, ich spreche gar nicht so wahnsinnig gut Englisch. Die anderen sprechen nicht so wahnsinnig gut Koreanisch, aber das geht schon ganz gut. Hände, Füße, das hat er in einem Interview verraten. Und die Sprache des Fußballs ist ja eh nochmal eine ganz eigene. Jetzt der Ball an der Strafraumgrenze, aber da kommen sie nicht mehr dran. Und deshalb dürfte es gleich die nächste Ecke geben. Und jetzt wird sich nochmal kurz sortiert. Und jetzt ist auch nicht mehr der Verdacht, ob es noch ein bisschen regnet. Jetzt schüttet es in Reutlingen. Jetzt ist das auch an der Eckfahne gut zu erkennen. Die steht im Wind. Das wird ungemütlich. Das wird ungemütlich. Aber ein bisschen was ist dann hier doch noch auf der Uhr. Und da wäre er fast gewesen. Der fünfte Treffer. Der erste Treffer für Lebelingen in einem Pflichtspiel für den VfB Stuttgart. Und jetzt schalten die Balinger nochmal um. Deshalb wird es hier laut im Ström in den Regen von Reutlingen. Kommt Seger über die linke Seite. Aber Ito ist da. Der stoppt ihn. Der hat sich das so einen ganz kleinen Moment angeguckt, was da los ist auf der linken Außenbahn. Und sich dann gedacht, ja, also wenn man jetzt mal ehrlich ist, dann stoppe ich den kurz. Genau das hat er gemacht. Das hat gut funktioniert. Der VfB Stuttgart schon wieder in Strafraumnähe. Und ja, jetzt sind noch gut zehn Minuten auf der Uhr hier in Reutlingen. Und jetzt wird es zusehends ungemütlich. Also wenn ihr das gerade irgendwo im Warmen, im Gemütlichen, vielleicht auch im sicheren Auto anhört, dann lasst euch gesagt, seien große schwarze Wolken, riesige Regentropfen über Reutlingen und auch ein strammer Wind. Und die Fans des VfB Stuttgart auf der Gegengeraden, die werden auf jeden Fall gerade richtig nass. Aber sie scheinen davon komplett unbeeindruckt beim Stand von 4 zu 0 im DFB-Pokal für ihre Mannschaft. Also ein paar sind schon gegangen, aber alle anderen feiern das hier. Und VfB Stuttgart führt gegen Balingen mit 4 zu 0. Und jetzt peitschen hier richtig die Trikots im Wind und es peitscht auch, es peitschen auch die Balinger nochmal ihre Mannschaft nach vorne. Walter Wegelin ist das im Zweikampf gegen Zagadou, der überhaupt nichts anbrennen lässt. Wegelin hier zieht den Kürzeren, aber die Balinger jetzt mal auf den Weg, ja, Lübel unter Druck zu setzen. Die wollen es nochmal irgendwie versuchen und ich habe großen Respekt davor, wie der Regionalligist hier kämpft in diesen letzten Minuten dieser Partie. Das ist richtig ungemütlich jetzt. Das, ja, tretscht, sagt man in anderen Regionen in Deutschland. Es schüttet wirklich. Und der VfB Stuttgart, der hat ebenfalls noch lange nicht genug. Und auch nicht Dauerrenner, Chris Führig, der ist hier vielleicht schneller als die fetten Regentropfen im Strafraum. Und da liegt Leveling nochmal quer, aber dann ist ein Balinger daran mit der Hacke, haben sie gut geklärt. Und Leveling, der ärgert sich, der ist sauer. Der wollte hier, hatte eben schon die gute Möglichkeit, das Ding im Tor unterzubringen, schafft das aber nicht. Und jetzt wollte er wieder ganz eins vorbereiten, aber es sind ja noch ein paar Minuten. Sie suchen immer, immer wieder ihre Männer da vorne. Leveling ist das. Leveling legt nochmal quer. Wer kommt denn da? Da ist das Eglow, aber da waren die Balinger noch dazwischen. Das ist Müller mit dem Kopf. Und deshalb gibt es die Ecke für den VfB Stuttgart heute nicht so richtig gefährlich nach Standards. Aber muss man vielleicht auch nicht. Gegen einen Regionalligisten, der sich wacker, der sich tapfer wehrt. Aber wo es eben auch ein bisschen darum geht, vielleicht aus dem Spiel heraus zu treffen. Und genau so haben sie das auch gemacht. Und jetzt gibt es hier die Ecke von der rechten Seite. Eglow ist das. Der führt die aus. Der Mann, der eben neu gekommen ist. Der junge Mann aus Heilbronn. Heilbronn geboren, bringt ihn ganz gut auf Waldemar Anton. Und wie gesagt, wir haben ja versprochen, nochmal zu klären, warum Lilian Eglow eigentlich als Ersatzkeeper auf diesem Spielberichtsbogen steht. Also so viel sei gesagt, der ist kein Keeper, der ist Mittelfeldspieler. Warum das auf dem Spielberichtsbogen so steht, das wird für immer das Geheimnis von Menschen bleiben, die diesen Bogen ausgefüllt haben. Klar ist, der Eglow kann ganz wunderbare Ecken schießen, hat er auch gerade gemacht. Im strömenden Regen von Reutlingen kommt der VfB Stuttgart. Jetzt über die rechte Seite, über Leveling. Der legt den Ball in die Mitte auf Milosevic. Auch er einer von 3,9 beim VfB. Jetzt aber Ballverlust. Und jetzt versuchen es die Walinger. Ja, die sehen natürlich in dieser Schlussphase, es gibt mehr Räume und die wollen sie jetzt nutzen. Sind schon im Strafraum, aber Waldemar Anton mit ganz, ganz kurzem Prozess und einem extrem präzisen rechten Fuß. Den Ball hier rausgespitzelt, einfach den Gegner von der Fußspitze weggejagt. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Und zwar so unaufgeregt, dass jetzt die Walinger Kette nur noch aus drei Spielern besteht. Sie sortieren sich jetzt wieder ein bisschen und da war Leveling vielleicht den Tacken zu langsam. Ja, weshalb die Walinger jetzt hier nochmal ein bisschen Platz haben. Also es ist jetzt ein bisschen ein offeneres Spiel, aber ich glaube, es ist so ein bisschen kalkuliertes Risiko, was der VfB Stuttgart beim Stand von 4 zu 0 hier aktuell geht. Das sind sie schon wieder im Strafraum. Jetzt ist es Jong, der legt nochmal quer auf Milosevic. Dann ist es der Versuch nochmal quer zu legen. Und dann bedienen sie Leander Wochazza, den Balinger, der jetzt hier versucht, sich da rauszuspielen. Und genau das schaffen sie jetzt auch. Almeida ist es. Almeida auf dem Weg zum Tor. Und der ist ganz alleine. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Und dann schießt der Alexander Nübel an. Und ich sage es mal ganz vorsichtig, wenn das nicht der Regionalligist gegen den Bundesligist ist, dann hat er vielleicht noch eine Sekunde mehr Zeit. Der Stand im Abseits, so viel ist klar. Ich glaube auch, der Treffer hätte im Zweifelsfall vielleicht gar nicht gezählt. Aber da ist der wahnsinnig überhastet und geht den Schritt zu schnell und schießt dann direkt Alexander Nübel an. Also das hätte sie sein können. Die gute Möglichkeit für die TSG-Bahn. Fünf Minuten regulär sind noch im strömenden Regen von Reutlingen auf der Uhr zwischen Balingen und dem VfB Stuttgart. Ecke für die Balinger. Beim Stand von 0 zu 4, die kommt in die Zentrale. Und dann köpfen sie den Ball selbst übers Tor aus. Ja, über die Linie. Und deshalb komplett ungefährlich. Eine der wenigen Standardsituationen für den Regionalligisten. Und gerade gab es nochmal den Wechsel beim VfB Stuttgart. Roberto Massimo ist neu in der Partie. Und Atakan Carasor, der ist raus. Der darf jetzt Platz nehmen hier auf der Bank. Und die Bank übrigens, die hat ein Dach. Dafür haben nicht alle Tribünen in Reutlingen ein Dach. Was dazu führt, dass jetzt schon ein paar Leute gehen, denn es gibt eine Gewitterwarnung. Es sind riesige schwarze Wolken am Himmel. Und es ist tatsächlich so, dass es jetzt hier die ganz großen Tropfen vom Himmel gibt. Jetzt kommen die Balinger nochmal nach einem vermeintlichen faulem Mittelfeld. Zumindest beschweren sich da die Spieler des VfB Stuttgart an Leveling. Aber Kamka, der war direkt daneben und sagt, alles fair gelaufen, alles in Ordnung. Und deshalb geht es hier direkt weiter. Bällchen rollt schon wieder. Die Balinger, diesmal aufgepasst, sind jetzt auch in ihrer Viererkette wieder sortiert. Da haben wir ja Auflösungserscheinungen in den zweiten 45 Minuten bis weihen gesehen. Aber sind jetzt ein bisschen sortiert. Da verlieren den Ball trotzdem an den VfB Stuttgart. Das ist Waldemar Anton, der ein bisschen anzeigt. So richtig viele Anspielstationen habe ich hier gerade nicht. Es regnet weiter in Strömen in Reutlingen. Und dann ist es Jong, der mal den Schritt mehr macht. Massimo auf der rechten Seite gerade eingewechselt. Dann suchen sie Leveling. Auch eine von den Neuen legen sie wieder rüber auf Jong. Jetzt spielt sie so ein bisschen das Spiel einmal rum und die Strafraumgrenze. Das erinnert gerade ein bisschen an Handball. So ein bisschen hier rum. Wer will nochmal? Wer war noch nicht im Strafraum? Massimo zum Beispiel. Richtig, der hat jetzt auch den Ball, wenn wir es richtig gesehen haben, hat es übrigens gerade einmal geblitzt in Reutlingen. Also jetzt geht es, glaube ich, in die Richtung, dass es tatsächlich nicht so ganz ungefährlich ist. Die Frage ist, wie viel gibt es obendrauf? Zwei Minuten regulär noch auf der Uhr. Und dann gehe ich fast davon aus, dass der Schiedsrichter, dass Robert Kampka nicht ganz so spät abpfeift. Keine oder, naja, ein Tor in den zweiten 45 Minuten. Aber ansonsten sehr faire Party. Wenig Unterbrechungen, wenig Verletzungsunterbrechungen. Jetzt kommt der VfB Stuttgart nochmal mit Leveling. Und dann über die linke Seite der Abschluss von Stenzel, der den da vorbeilegt am Tor der Balinger, so muss es heißen. Und jetzt beschwert sich Marcel Binanza dann mal. Der zeigt irgendwie eine Vier und sagt, ey, das ist jetzt das vierte Mal, dass ihr mich so im Stich lasst. Zumindest deute ich genau das, was er da macht. Und viele Fans hier im Stadion haben sich jetzt die großen, die dicken Regenjacken übergestülpt. Auch die Kameras sind inzwischen geschützt, zumindest mit Plastiküberzügen. Aber gerade der Kollege, der hinterm Tor auf dem Kran steht, also das, was bei euch beim Fernsehbild immer das Bild hinter dem Tor ist, für den ist es da oben jetzt ganz sicher richtig, richtig ungemütlich. Also regulär eine Minute noch auf der Uhr. Balingen gegen den VfB Stuttgart. Und klar ist, dass die Balinger sich hier in der ersten Runde beim ersten Mal eben die FB-Pokal gut teuer verkauft haben. Die haben sich nach Kräften bemüht. Aber der VfB, der war enorm konsequent, hat seine Chancen genutzt, hätte vielleicht sogar, auch wenn der Ball noch rollt, noch höher gewinnen können als 4 zu 0. Denn wir gehen jetzt mal davon aus, dass da nicht mehr ganz so viel passiert. Lebeling kommt jetzt über die rechte Seite. Jetzt gab es noch mal das Foul in der zentralen Position an dem Kapitän, an Endo. Und die Fans aus WurfBestücker, die machen da jetzt so ein bisschen so einen kleinen Regentanz draus. Die machen das Beste daraus, was sie eben hier Möglichkeiten haben. Jetzt gibt es einen Flitzer auf dem Platz, der will hier kurz mal Massimo herzen. der herzt jetzt die VfB-Spieler. Und Lebeling, der muss ehrlicherweise lachen. Der nimmt ihn kurz in den Arm. Und Ordner, die Ordner scheinen, die scheint das gerade gar nicht zu. Das ist extrem witzig. Zumindest bis zu dem Punkt, wo er jetzt bei den Walinger-Spielern kommt. Jetzt ist auch die Security am Start. Und dieser Flitzer, der will jetzt allen mal freundlich Hallo sagen, ist offensichtlich ein komplett, zumindest wenn wir das aus der Ferne richtig beobachten können, ungefährlicher Typ. Also hier noch mal die ganz, ganz kurze Verzögerung im Spiel. Heute war ein bisschen was Kurioses dabei. Und dann ist Schluss. Der VfB Stuttgart bezwingt die DSG Balingen Fußball mit 4 zu 0 in der ersten Runde des DFB-Pokals. Und es ist damit weiter. Und wir sagen Chapeau an den Regionalligisten aus Balingen. Und wir wünschen euch noch einen schönen DFB-Pokal. Das war der Auftakt in diesen XXL-Samstag hier bei Sportschau Live. Es geht nämlich auch direkt weiter bei uns mit 6 Spielen, die es heute parallel gibt. Entweder in der Konferenz oder natürlich auch jedes Spiel als Einzelspiel. Die erste Runde des DFB-Pokals. Also auch hier bei uns. Da verpasst ihr nichts. Kommt gerne rüber in den anderen Stream. Da gibt es dann wirklich Fußball pur hier bei uns. Und das den ganzen Tag bis in den späten Abend hinein. Ganz am Schluss haben wir dann noch den Supercup Bayern gegen Leipzig. Das also unser Programm heute. Ich bin die Satellas, wünsche euch jetzt noch einen entspannten Samstagnachmittag. Und ich würde sagen, wir hören uns. Alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga live und in voller Länge. Nur bei der Sportschau.